ok jetzt willkommen im stream ich weiß nicht was man alles gehört hat bis jetzt ich hoffe du hast jetzt willkommen im stream hi das war gerade eben komisch zuerst zuerst war ich zu blöd es auf youtube zu starten ich habe erstmal nur über den OBS den stream gestartet und von mich geredet und dann habe ich einen youtube auf stream starten gegangen der hat mich da drauf geklickt und habe so geredet aber youtube hat so gefühlt eine halbe stunde gebraucht mit dem streamen zu starten warum auch immer aber jetzt geht es hi natalie hi queer hi lector ich lasse ihr schon alle vorbeischauen das sage ich jetzt noch das dritte mal und hi ich habe keinen namen ja hallo kein hallo okay also ja übrigens das copyright c das war mir also das von der queer c punkt das war mir zuerst so richtig klein und dann habe ich so von top job leipzig gestellt und plötzlich wird es so richtig groß also es ist ich würde sogar sagen ein bisschen größer als ein profilbild ich habe ein level aber du hast ein level zu 1 ich habe ein neues ausnahmsweise kurzes ausnahmsweise freundliches level oh was wirklich ja dann viele level schön dann gehen wir mal das noch reinfolge durch ich saß jetzt zehn minuten auf dem bett und habe gewartet ich bin beleidigt diese unannehmlichen verschwertung das ist eine anzeige oha stein lords das ist das war verdammt stein neue rekorde wurden auf umgehende das sind es viele rekorde wird genommen wort als am 9 nachten der 9 8 ist der tag der katastrophe oder was er ist jetzt mal ehrlich einer hat mir das rekord weg genommen dann hatten wir die core drei rekorde die vier rekorde genommen und noch irgend so ein mister dudette okay das muss ich mir nachher mal anschauen ich habe so eine weile kein marion licher gespielt darum das letzte mal im letzten stream ich habe mein profil natürlich ist kein unterschied ganz schön strammige strammzide ja schön strammig jetzt die frage wie heißt ich habe keinen namen wie heißt er ich glaube wir haben ihn hinzugefügt ich weiß nicht wie er heißt er müsste nicht weiter oben sein wenn er ein neues level hat wer zählt ist kurz 77 hat er sich umbenannt ich habe keine ahnung wer das ist was habe ich von dem wie sie gespielt gehört spin and win ok keine ahnung wer das ist da war ich bei ah valigi ska ich sag mir noch valigi ska obwohl es eigentlich valigi ska sein soll aber egal so lange war ich nicht online nicht echt geht es nach online ich dachte es geht nach letztem level und du hast gar kein neues level das ist mich einfach so angelogen das ist das level wo quer den rekord genommen hat und hier warte da hatte quer den rekord gar nicht mehr bei dem hier doch ich habe ja ich habe die meisten die im stream so sind und die level jetzt kann ich gerade keine neuen werden zufügt das einzige was mir machen kann es war corner boost noch oder kann ich sonst noch was machen ich glaube nicht ich weiß gar nicht was hat im corner boost um nicht hier schneller als weil ich glaube das war das war das war das weil wahrscheinlich ich nicht angezeigt ist oft zu etwas war hast du es dann hochgeladen an 0,005 sekunden auch wenn ich kommentieren ich möchte nicht kommentieren aber das ist nicht draußen dann schickt mir die die dass die lille von denen ich speedruns sehen er war weder ich nach rückwärten rekord mit sticke ich musste wirklich mal aufschrauben in pro kontrolle okay ich hoffe es geht's dann irgendwann andere aber okay jeder hat auch ein level dann spielen dann spielen wir jetzt mal irgendein level von wie mit zuerst sind es ist das rekord und dann kommt der quer und wir gehen dazu die reihenfolge ab ich weiß nicht wie sie 0,005 sekunden spart irgendwie spart er sie anscheinend na gut da liegt ne aber hier hat er es noch aber da musste ich mir dann die reihenfolge merken das ist mir zu ne das mach ich jetzt nicht ach so warte ich sollte ein anderes level spielen was haben wir denn noch für ein level ähm minigay hab ich das nicht schon gespielt Leute habe ich das level nicht schon gespielt das level kommt mir enorm bekannt vor ich weiß nicht nekwürdig ach so was ist das start ich hab grad das nicht gecheckt mit der wein aber ich hab das denn doch schon gespielt ich bin richtig 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 confused gerade und äh hi julia ich ooo das level ahhhh ahhhh i i i weis gar nicht was was kann ich hier machen ich kann ja gar nichts machen ich glaube ich habe es nicht da wenn wir noch ein gutes remake brauchen wie das haben wir gleich nicht genommen wieder auf aktivieren gehen wir da rein was immer das ist das war das ich habe das gespielt ich kann mich sehr genau daran erinnern ja ja ich habe das gespielt das ist irgendwann neu hochgeladen weil sowas kann ich mir nicht merken aber es ist ganz recht ich muss doch schon ich sehe ich sehe gerade für jeden unterschied ich hatte im kopf dass es nicht so schwer war hat er das neu gemacht dass es schwerer ist ja da bin ich doch so ganz falsche gegangen weil ich dachte ich dachte es ist links daneben das regeln ich dachte der kreis so ist er an der warte der rückblick ist blockiert merke ich jetzt gerade erst schnell durch ok aber ich will mir denken dass ich hier wäre es so cool wenn wir irgendwo den kiel rausbekommen könnten es wäre ein mega tief doch daran wenn ich mich auch das habe ich richtig abgefuckt er ist nicht so schwer als ob ich das mache ok so wir haben den schlüssel sonst hatte ich keine ahnung was kommt kann ich nicht ein checkpoint finde ich eigentlich das war alles ok ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern jetzt fahren wir da irgendwo rauf und da steht irgendwas ja das fängt das habe ich gespielt eindeutig ey naja gut was auch immer dann gehen wir mal ein quest level klapp ja zählt er einfach so häufig oder warum steht es so häufig dass es von dem gespielt wird joshis challenge das muss ich ja noch machen we eat those das haben schon zwei leute geschafft hat es ja klappe hat es sogar geschafft er hat den weltrekorn ist er darüber zu mir gekommen hat er sich angeschaut und hat gedacht wer hat den rekord klappe ok ok so war das ist jetzt sehr einfach ah man ich wollte aber das kann man eigentlich cheesen ja wir müssen da nicht drauf dass das cheesen wir übrigens ja die hier könnten wir essen aber das macht es nicht einfacher wirklich um ehrlich zu sein soo wäre ich nur richtig gelandet hätte ich es gehabt das hat sich beinahe ok das war nicht gut das war nicht gut das war cool wenn ich auch die jahre hier hatte ich hole mir kurz ein getränk welches ähnlich wie eine coke schmeckt und lecker ist kommt gleich wieder was für ein getränk dann jetzt kriege ich jetzt kriege ich es gerade gar nicht mehr sein ich will nicht so hoch springen da das wäre so von der zeit her richtig schlecht wenn man da halt sehr hoch springt also ich weiß das jetzt auch nicht weiter zu fahren weil ich nicht mehr in die tür reingekommen bin aber also der normale weg ist auch nicht so lang aber trotzdem spart sicher zeit ich darf man öffentlich schreiben es war spezie warum sollst du es nicht öffentlich schreiben dürfen wegen werbung oder was dann hättest du es mit rolle ladle steuern können erstmal bin ich es so gut hingekommen wow wie haben wir das gemacht naja das war nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte was mache ich plötzlich falsch wahrscheinlich hat der coyer das auch so ausprobiert und hat sich gedacht ah das geht nicht aber wie wir eindeutig schon festgestellt haben geht der cheese definitiv ok jetzt war es mit wallchamp wir haben es letztes mal irgendwie ohne wallchamp geschafft hier kommt aber nicht rauf glaube ich zumindest obwohl wo ah nein ich bin ja klein ich hab gedacht ich kann mit power auf fahren jashi bleib stehen das war aber da ist tatsächlich was aber so soll euch das bobble springen ja es sollte ein level sein das sollte angenehm sein so zu Speedrunnen, deswegen ich überall sowas eingebaut habe. Oh, okay. Okay, restart. So. Also ehrlich zuern, das war auch sehr angenehm zum Speedrun-Overs. Ah ne, das habe ich schon gelesen. Ich habe heute gedacht, ich habe heute gedacht, ich hätte irgendeine Nachricht überlesen. Das passiert halt häufig. Ich will nicht mal aufpassen. Okay. So, wieder rein. Und hier. Das geht jetzt ja nicht halbzig gut. Da können wir es ja auch irgendwie so... So. Es könnte sogar... Ne, es sieht schlecht aus, wenn ich es da... Nur mit Toad kommen wir da definitiv rauf. Aber das bringt uns halt nix, ne. Ja. Ja, wir werden normaler gehen müssen. Ähm... Wir müssen nur... Der ist inzwischen weg. Okay, wir müssen kurz den... Raum reloaden. Vielleicht mit dem Pound den Menschen, weil... Ah... Jetzt aber ganz schön knapp. Achso, da ist die... Achso, ja, 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 ja. Ich war grad nerviert, weil das ist so lange schon her gewesen. So, dann geht mein Gedächtnis nicht zurück. Ah. Keine gute Zeit jetzt aber. Was ist das? Was ist das? Nein! Nein! Yoshi! Fuck! Ist das ganz zum Anfang zurück, ne? Okay. Wir werden Yoshi einfach... Okay, wir haben mich wirklich umgebracht. Aber... Ich wollt grad sagen, wir werden Yoshi einfach... Okay. Mit dem Trick muss ich... Noch ein bisschen... Mich eingewöhnen, weil... Ja, es ist... Ist was, was man eher selten macht. So, auf diesen... Sägen. Wie Yoshi springen. Yoshi springen. Yoshi zum... By the way, auch im... Blöckenversteck, wenn du den verlierst in den ersten... Blöcken? Blöcken? Was sind Blöcke? Unsichtbare Blöcke? Wo? Weil... Ich hab bisher keinen gesehen. Nachricht zurückgezogen. So ist es perfekt, wenn er dort landet. Kaiserbröcke. Okay. Okay. Ah... Ah... Das ist jetzt... Das ist mir re-loaden. Damit komm ich noch nicht so zurecht. Ich dachte eigentlich, das wär nicht so ein Problem für mich. Aber ja. Vor allem, wenn ich das versuch zu speedrunnen, wird das zwar ein... Größes... Großes Hindernis für mich sein. Weil... Ähm... Abgesehen davon, dass ich's... Nicht... Kontistent scha- Okay. Ich hätt' gedacht, das krieg ich jetzt mal hin. Ähm... Abgesehen davon, dass ich's nicht kontistent schaffe. Ähm... Welcher Probleme haben, es schnell zu schaffen. Weil zum Beispiel, das ist dann ja schon wieder... Ein Zeitverlust, ne? Okay, jetzt. Oh... Achso, ne, da waren wir schon. Ich so... Oh... Was Neues? Was ist das? Genau das... Urge war... Ist das für der erste? Da war der Powerball drauf. Moment mal... Achso, ne, durch die kann man ja nicht durch. Ich finde... Ähm... Okay. Eigentlich muss ich halt überlegen, in dem Raum könnte es auch einen Skip geben. Ein Flaschen drauf. Nicht auszusehen ist drauf gekommen. Zu viel abgesprungen. Ich dachte so, vielleicht... Vielleicht geht's auch so und ähm... Sorry dafür. Äh... Das hier? Okay. So... Aber dafür machen wir diesmal das hier. Ja. So... 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 ist aber auch nicht allzu schlecht. Ja, ich glaube, das geht eher nicht. Oh. Ja, ich glaube, jetzt kann ich's mehr machen. Wollte ich jetzt hier kein Kaizu-Lock? Nope. Restart. Kevin, jetzt weil ich kenne noch was weiß. Oh, Leute. Äh, was steckt wie Cola? Fast Brause, Cola, Orange? Was? Nicht besonders gut, aber es geht. Nein, Yoshi. Ah, fuck, jetzt müssen wir auf dem bleiben. Jetzt ist es eigentlich eine deutlich schlechtere Zeit. Oh, das sind immer über der Tür welche? Fast Brause schmeckt für mich eher wie ein billiges Bier. Ich hab, äh, keine Ahnung, was das ist, aber, ja. Definitiv. Ah, ich würd's so gern schießen hier. Also, ich mein, wir haben jetzt eh keine gute Zeit mehr da rum, wisst ihr? Wir können jetzt eh irgendwelche Sachen ausprobieren und so. Oh. War das natürlich nicht gerade optimal? Oh, komm, wir noch drüber? Nein, komm nicht mehr drüber. Okay. Ah, interessant, warum hat der One-Way-Same-Bow, damit man sich erstirbt? Hm. Ich hab's hier mal, der noch kein Bier trinkt, dafür, das ist echt lecker. Ähm. Oh. Ich, äh, ich kann halt sagen, ich kenn so viele Leute, die halt natürlich Bier mögen. Weil, weil die meisten Leute mögen es, ja. Aber, für mich persönlich war's, nee, wär's so. Au. Die One-Ways sind da, um zu zeigen, dass... Ach so. Deko. Ah, das ist für eine, schöne Deko. Hast du auch ein paar One-Ways denn da rumstehen? Okay. Hast du auch das ja auch nicht schlecht, aber Bier mag lieber. Ich, ich muss sagen, wie gesagt, ich war nie so so, wie er für mich war's immer zu bitter. Nein. Okay. Jetzt sind wir richtig. Zum Glück wissen wir inzwischen, dass wir hier bei Yoshi sehr willkommen, weil... Sonst hätten wir jetzt ein Problem. Naja. Es hat geklappt. Es ist gut, dass du jetzt hier bist. Was? Moment mal. Moment. Ich hab vielleicht gerade eine neue Idee bekommen. Lass mich das ausprobieren mal. Könnten wir nicht theoretisch... Nein, wir kriegen ja keinen Boost mehr von ihm. Wenn wir irgendwie so abspringen könnten und trotzdem Invincibility hätten... Wenn wir mit Invincibility rüberkommen... Dann wäre das perfekt. Dann hätten wir die ganze Section geskippt. Aber warte mal, können wir nicht auch... Eigentlich hab ich mir generell gedacht, wir könnten doch mal von Yoshi spinnen, oder? Das geht doch auch, oder? Was? Ah, nein. Dann steigt man so normal ab. Ah, okay. Weil das wusste ich gerade nicht mehr sicher. In Mario World geht das doch aber, oder? Ich glaube, in Mario World, wie geht das? Weil zum Beispiel, ich weiß auch im Original Mario World, das ist das hier glaube ich nicht mehr so. Im normalen Mario World könnt ihr einen Spin Jump machen, um mal auf Yoshi drauf zu gehen. Und dann spinnt der Yoshi auch. Also, es sieht komisch aus, weil er nur normal steht, aber er zerbrecht die Blocken unter euch. Jetzt kommt, wofür mich alle hassen werden. Ich liebe Bier, verabscheidigen Kaffee, welcher nicht schwarz und ein Milch und Zucker ist. Ich mag weder Bier noch Kaffee in keiner Weise. Also, von dem her, dann kommt wieder T0, T-OK, bis. Äh, aber hi Lexi. Was ist, was ist T-OK? Dachst du der Origami-King? Das ist so cool, weil das T ist so, das T ist so klein geschrieben und dann schläfst du einfach nur groß OK. Ähm, es wird wohl kommen am Sonntag. Ja. Ein Pau. Was, was können wir mit einem Pau machen? Hätten wir einen Pau. Ah. Ich frage mich gerade, ob wir irgendwas mit einem Pau machen könnten. Können wir einen Power auf den Schlüssel werfen und sammeln ihn dadurch ein? Okay. Oh, ich weiß, dass wir mit dem Power machen können. Für eine spätere Section. Ah, ja, 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 ja. Hmm. Okay, also wir müssen dafür sorgen, dass wir den einen Power bekommen. Ich weiß nämlich schon, wofür wir das verwenden können. Ah. Ja, wir müssen eigentlich den hitten, weil dann können wir an den anderen dran. Und dann können wir nachher nochmal schön was wegschießen. Okay. Okay. Nein. Okay. So, jetzt noch. Er hat sich ja ich wieder. Hm. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Wir haben es das eine Mal gesehen. Ich würde es so hinbekommen, wäre es wirklich perfekt. Das wäre wirklich... Ladescreen. Ist bei dir ein Ladescreen oder sagst du das nur einfach so? Okay. Naja, wenn bei ihm ein Ladescreen ist, wird er vermutlich nicht hören, was ich sage. Das ist ein bisschen ein Problem daran. Wir machen 90% deinen Tote auf Cheese suche, was hier. Ja, man muss immer nach Cheese suchen. Ohne Cheese ist das ganz noch langweilig. Au. Der mit der andere Tür. Aber dafür sind ganz viele Fails wie das mit der Tür einfach hier drin. Oh, stimmt. Ja, wartet mal. Oh, das reicht nicht aus. Stimmt. Oh. Doch, hab's gerade noch gehört. Hat sie wirklich einen. Oh, okay. Was ist, wenn wir einfach... Ja, okay. Jetzt können wir es nicht machen. Aber normalerweise könnten wir dann... Ich glaube, da kommen wir nicht dran, oder? Kommen wir da dran? Ich glaube, da kommen wir nicht dran. Das ist das Blöde. Ich hasse mal, wenn ich so genau dann abspringe, wenn ich in der Hitbox von denen bin. Egal, ist es nicht so schlimm, wenn wir den jetzt am Anfang verpassen. Ist ja noch kein zu 100% optimierter Speedrun. Also, es ist eigentlich wahrscheinlich klüger, wenn wir erst einmal durchgehen. Weil, ja. Ich meine, so wir wissen gar nicht, wie lange das Ganze ist überhaupt. Ah, jetzt haben wir... Ah, jetzt haben wir... Oh, ja, ich ist tot. Na, egal. Ich kriege eh einen neuen. Können ihn da lassen. Hoffe ich zumindest. Eigentlich sollte er nicht respawnen, meine ich. Okay. Da rein. Und jetzt... Kommt. Der Mega-Cheese. Also, okay. So krasse... Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Das ist jetzt nicht wirklich passiert, sondern... Cooler Cheese. Aber du hast cool voll falsch geschrieben, McQuarr. Okay, diesmal bin ich oben gelandet, aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht, ob in der Form, wie wir ihn machen, der Cheese wirklich Zeit spart. Ich... Ich werde es mit euch, man kann ihn besser machen, dann spart er viel mehr Zeit. Aber... Pfff. Oder... Ist die Frage, oder kann... Oder kann man vielleicht tatsächlich mit einem... Kann man das irgendjemand mal sagen? Kann man mit einem Pau-Block, dem man wirft, einen Schlüssel einsammeln? Ah, da hat er sich korrigiert, ne? Ja, ja, ja. Immer diese Leute, die sind richtig in den Rechtschreibfehlern. Und, äh... Hi, Solid Fury. Der Pau-Block ist weg. Ihr könnt hier welchen Neuen holen? Nein, komm mal. Ah, schade. Schade. Aber für die einen Stelle kann ich ihn trotzdem nutzen. Hm. Das ist dann die Frage, wie wir es am besten mal dann stellen. Ihr könnt noch theoretisch bis zur zweiten gehen. Ich glaube, dann könnten wir Yoshi mit drauf bringen. Ähm, wenn wir Yoshi mit drauf bringen, ist die ganze Situation ja eh sehr anders. Genau. Okay, ich glaube, ich weiß, wir schauen es noch mal einmal an. Ähm, klar, es gibt eine schnellere Strat, aber, ähm, die kriege ich einfach nicht konsistent hin. Nicht konsistent hin. Ähm. Ich schau mir den Leveler an, wenn alle, die hier so weit abgearbeitet sind. Puh. 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 Wir können zwei erschießen, ne? Okay. Rein jetzt. Oh, warte mal. Das ist aufgefallen, dass ich... Das ist ziemlich dumm. Guck mal. Au. Was habe ich getötet? Ah. Okay, sieht so aus, als müssten wir... Obwohl wir... Okay. Oh, so, das ist perfekt. Ich habe jetzt bei cooler Cheese... Ach so. Ah, du hast dich ja auch verschrieben. Warte mal, ich dachte, man kann doch... Kann man nicht so den... Wie, wie legt man den nochmal raus? Auf normale Weise. Geht es nicht? Mit Yashi? Kann man den mit Yashi nicht rausnehmen? Was ist denn im Mund? Man kann die nicht rauslegen? Echt? Ich dachte, das ging. Ah, das macht den Cheese viel schwerer. 1 zu 5 jetzt... Was kommt denn überhaupt alles danach? Okay, einmal versuchen wir, es normal durchzugehen. Einmal normal. Sie ist aber ja die Nachricht, ich habe es nicht zitiert. Rechtschreibfehler bleibt Rechtschreibfehler. Das ist jetzt keine Ausrede hier. Warte mal, was denn ich, wenn ich... Yashi hier parke? Ich nehme einen neuen Yashi. Ich mache mit dem das hier. Nein. Komm wieder. Ah. Aber für ein neutraleres Deutschland. Aber für ein neutraleres Deutschland. Ich dachte, für ein käseigeres Deutschland. Aber gut, trotzdem danke. Woher kommt das mit neutral? Ich weiß wirklich, ich weiß gar nicht. Okay. Nein. Yashi lebt noch. Nein. In falsche Richtung. Yashi geht wieder rein. Okay. Perfekt. Deswegen, weil du für Frieden und Ordnung sorgst. Ich sorge dafür, dass für alle Menschen in Deutschland Käse verfügbar ist. Da unten kann man stehen. Warum? Nur wegen den, ähm... In der Beetle? Aber die könnten doch direkter da... Achso, wahrscheinlich brauchten die mehr Distanz zu laufen. So wie ich anscheinend auch. Du meinst für ein neutraleres deutsches Kaiserreich. Ne, äh, vielleicht heil dir die Siegerranze. Äh. Heil dir die Siegerranze. Ach Kaiser, äh, das ist mal für dich verholtet. Okay, perfekt. Yashi interessiert uns eh nicht. Total... Ah. Egal. Wir gehen... Weiter. Ich wusste nicht, dass man auf L auch absteigen kann. Ist L auch Spin? Ah. Ich bin ja nicht außerdem drauf gekommen. Was wisst ihr jetzt, Leute? Ihr könnt auf L spinnen. Fragt mich nicht, wer das macht, aber... Es geht. Ne. Das Spiel bleibt hier. Schau, dass es nirgendwo so ein richtiger Mega-Cheese ist. Nein! Mega-Cheese ist immer am lustigsten. Wir haben ja auch nicht viel Zeit. Wir sind ja auf einem Zeitländer. Ich drehe mich immer auf L. Was, du spinnst immer mit L? Das ist jetzt wirklich... Komm, dafür sind doch ZL und ZR da. Das hätten doch gar nicht auf dem Controller gemusst. Bitte. Okay. Dann habe ich den. So. Oh! Hi, Videogames. Schöne, dass du vorbeischaust. Sogar bei Mario-Mail-Kamera. Freut mich. Ich dachte, ich kann es noch salven. Aber nein, es war zu spät. Hm. Ich... Ich... Struggle wirklich gerade. Die ersten paar Versuche waren die besten. Immer noch so. Halt ohne Pau. Wir machen jetzt einmal Paulus. Den... Das mit Pau, das machen wir, wenn dann... Das machen wir am besten, wenn dann extra. Ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich habe es trotzdem nicht gemacht. Weil Cheese ist einfach... Cheese ist einfach zu verlocken. Cheese ist so cool. Ich brauche mal, wie ich das immer weiß kann. Okay. Quer 1000 Stück. Mit... Mit Videobeweis. Ah. Ah. Das war perfekt. Tatsächlich, das ist gar nicht mehr so schwer. Äh. Ah. Ich war knapp dran. Ich war knapp dran. Scheiße. Eigentlich kann es danach nicht mehr so lange weitergehen. Weil ich... Weil ich... Würde... Ja. Ich... Ich glaube... Ich glaube nicht, dass der Rekord perfekt sein wird. Und... Das heißt, wir müssten... Es so in zwei Minuten oder so selber auch schaffen. Kannst du... Ich... Ich kapiere es aber nicht. So... Ich stehe fast ganz auf der Tür drauf. Aber allerdings... Es ist ein... Noob. Mit... Safe an Yashi. Ähm. Wir haben noch ein Backup. Keine Sorge. Es ist... Alles... Geplant. Lade... Again... Laden. Da hat er noch ein Smiley gemacht. Und der Lade-Smiley. Sieht zumindest fast so aus, wie so an beiden Seiten sowas ist. Das wären jetzt so Augen. Okay. Ich laufe immer in die falsche Richtung dort. Das war es jetzt ehrlich. Er macht es häufig so, dass er... Es einfach in die... Falsche Richtung des Cuts gehen. Okay. Das war unmöglich. Obwohl... Eigentlich oben braucht man gar nicht die Aschi, oder? Ja. Ach, das hat er die. So. Okay. Das mal nehmen wir wieder in den Traum mit. Einfach so. Just so dran. Bitte sagt mir, dass ich ihn auch rechtzeitig kaufe. Okay. Okay. Tue ich. Alles, wenn ich für die zweite wille. Nein. Nein. Ach, komm. Okay. Moment mal. Ah. Und, äh... Hi, Kito. Hast du einen Anfall? Okay. Ey. Ich brauche einen Counter, wie häufig ich schon in die falsche Richtung gegangen bin. Okay. Schön. Nein. Ich hätte reloaden können eigentlich. Warum habe ich das nicht gemacht? Warte mal, wenn wir den Pau nach da unten mitnehmen würden, wäre das noch viel krasser. Weil, anscheinend muss man ja dorthin zurück. Ich frage jetzt haben wir irgendeine Möglichkeit, aber jetzt habe ich den normalen Weg gemacht. Wenn ich es dann ist, ist es gar nicht mehr so langsam. Alles geht auch schnell. Ich weiß nicht, wenn ich ein langes Setup brauche, dann kann es sogar sein, dass es vielleicht manchmal ein bisschen langsamer ist. Das ist ganz ehrlich mit euch dazu sein. So, jetzt nämlich fail. Perfekt. Ja, ich brauche den anderen Yoshi. Der andere Yoshi. Der andere Yoshi. Ja, danke. Da rein. Weil wir müssen den Pau Block, den ich... Oder wer sagt... Wir können hier wieder raufkommen, oder? Ja, können wir. So, anstatt der Sektion hier zu skippen, skippen wir einfach die andere. Wenn ein Boss-Fight irgendwo kommen würde, wäre es noch lustiger. Dann könnten wir mega super duper Yoshi. Wir hätten es direkt aktivieren können, oder? Moment, können wir nicht sowieso? Ah, nee, geblockt. Deswegen hat er eine Anstatt. Normalerweise ist doch immer ein Yoshi da. Die zwei nicht. Oha. Bisse. Okay. Zurück. Ähm. Was wir machen, das war... Blö. Was hat das jetzt eigentlich nicht geplant ge... Geplant gehabt? Aber es hat letztendlich geklappt, um ehrlich zu sein. Das war gar nicht mal so schlecht. Das ist... Ja. Nein, nicht... Yoshi, du hast beide kaputt gemacht. Ich warst vorgesehen, dass du stirbst. Los. Nein, mein Wild Yoshi hat von der Piranha-Pflanze gefressen. Such dir was aus. Okay, gerne. Mach ich dann gleich. Oder nachher. Dann noch mal. Ich fertig bin. Ja, wenn der Piranha-Level schickt, dann weiß man gleich, das dauert länger. Und hier ist auch die Sache. Wir brauchen auf jeden Fall genug Momentum für. Und das richtige Momentum geht dann nix. Obwohl wir vielleicht auch in die Claw oben versuchen könnten zu gehen. Das wäre es, was ich versuchen kann. Durchaus. Am besten schließe ich dann gleich mein Fenster, bevor ich von einer Insektenhorde eingegriffen werde. Direkt hier drauf. Genau so hatte ich es halt nicht gedacht. Der Cheese hier ist so... Das ist schwer. Ich hoffe irgendwie, dass der Cheese einen noch größeren Sinn hat. Dass es irgendwie nachher ein Bossfight oder sowas gibt. Weil wenn das der Fall wäre, dann hätte der Cheese... Der Cheese so stark. Wenn es ein Bossfight oder sowas gibt. Der ist von Insekten angegriffen. Äh, weil du... Was? Was? Weil ich was? Nein! Weil du nach Cheese... Oha. Warum... Warum greif mich dann Insekten an, seit wann essen die Käse? Müsste ich ja eher nach... Müsste ich ja nach Fleisch schlichen. Und Hi! Das ist Kälter, der Gamer. Oh, perfekt! Bring mich einfach rum, Yoshi. Das passt. Passt perfekt. Passt perfekt. Passt perfekt. Okay. 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 Neuer Versuch. warte mal ich nutze jetzt die russische kenntnisse welche ich von meinem habe und definitiv nicht von übersetzer kittes name heißt heißt auf deutsch key to a long Okay. Yoshi. Eigentlich ist es noch schwieriger, in die Tür reinzugehen. Wahrscheinlich, weil man halt die Hitbox nicht so genau sieht bei Yoshi. Ich genehmige hier mit dieses Level. Und was ist, wenn ich es nicht genehmige? Das genehmige ich nämlich nicht, ne? Als Halbwusse widersprechen ich hier mit ihrer Aussage. Ja, quer der orthodoxe Halbwusse. Oh, ich spiele die Kamera. Also, wenn ich mich erinnere, als er zu erzählen ist, ich habe gleich gedacht, verarsch mich einfach. Wie der hat doch diesen Russischen Kuss, oder? Ja, ne? Ah. Der Cheese ist so schwer. Nein! Yoshi. Ich kann aber nicht mehr erinnern, zu Yoshi fertig auszusprechen. Zack, schon ist er weg. Der Kaiser-Block hat mich beinahe umgebracht. Ich bin ein Kräuer mit so einem brutalen, bösen Kaiser-Blocks. Was, ich hab irgendwas gelesen, verdammt, ich hab's so Gengar. Ich muss gleich nochmal durchlesen. Verdammt, ich hasse diesen Übersetzer sehr sehr traurige Geräusche. Was ist denn damit? Okay. 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 So. Nein. Ach komm. Komm. Was heißt der Name denn wirklich? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ne? Ich gewählige hier mit diesen Übersetzer zu 23,5%. Um 23,5%? Ist das der Prozentzahl vom Alkohol, den du grad trinkst oder was? Okay. Nein. 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 Lass mich doch rauf. Okay. Nein. Lass mich doch rauf. Was? Wäre so viel einfacher gewesen. Das ist die 1-2 Prozent der Zeit des Tages, wo ich nichts außer die Gestürze gemacht habe. Ach soo. Moment. Das heißt denn weniger als 90% der Zeit für deine Covers? Das ist aber schon ein bisschen wenig, ne? Puh. Puh. Wir liegen in Quellen für diesen Prozents. Oh, perfekt. Das klappt so einfach. Äh, eindeutige Ergebnisse, die nicht von Bild und Spiegel kommen. Ich akzeptiere nur belegte Aussagen. Das ist mit Käse belegt. Puh. Okay. Okay. Wir sind zurück beim... Cheese. Jetzt schmeißt es einfach. Ich genüge eben dieser Meinung. Freunden. Oh. Geh weg, Scheiße. Ich nehm den jetzt. Ist hier oben... Hier sind die Valley. Ich hab mir grad gedacht, dass da ein Softlock... Ja, ein Softlock... Hm. Okay, okay, okay. Das kam jetzt. Das kam jetzt. Überraschend. Ähm. Nein. Okay, also zweimal. Und zweimal müssen wir auf jeden Fall weg drückt halten. Okay. Die steht jetzt wohl nicht so einfach. Nein. Ich muss immer noch dein anderes Level machen. Darum hab ich mich noch gar nicht gesetzt, das zu optimieren. Also, das Optimieren überhaupt zu schaffen, meine ich. Weil da muss ich einiges hinnehmen. Ich muss sicher wieder... ...eine... ...eine... ...übungen anstecken. So belegt wie die... ...Graf Zeppelin aussage... ...und so belegt wie das Automobil... ...das Pferd... ...nicht im sieben Leben stammelt. Jetzt... ...dann ich ein Fiasche zurück sollen, dann doch... She is just... ...ah ja. Danke. ... ... Nein. Okay. ... Ich glaube theoretisch können wir das Trampfliegen durchteasen. Und den Powerblock haben wir natürlich immer noch. Also wir können ihn immer noch mitbringen vom Anfang. Aber ob er uns was bringen würde, ist die andere Sache. Hm. Nicht einfach, nicht einfach. Aber der Schleiß ist viel schwerer als der Anfang. Aber so viel kann nicht mehr kommen. Das wird der einzige Checkpoint sein. Nein, nicht aufs Trampfliegen drauf. Okay. Wie willst du einen Trampolin mit Feuerjoshi durchschießen? Ja, ich kann ja mit Feuerjoshi es zwar nicht machen, aber ich kann immer noch den Yoshi von der Feuer verwenden. Niemand zwingt mich Feuerjoshi zu nehmen. Also, jetzt natürlich, schon ab dem Checkpoint. Aber wenn ich es von Anfang an spiele. Und hier, ähm, was ich hier meine ist. Es könnte möglich sein, dass man den Fisch benutzt, wenn man ihn an die richtige Stelle lockt. Natürlich muss man, äh, ich weiß nicht. Das, 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 das ist was schweres, wenn dann, um dann zum Gamma rauszukommen und das zu überspringen. Aber das Trampolin oben, das geht auf jeden Fall mit. Ich bin auch hier zu an, was, ja, äh, alle anfeuern. Wir sind hier, wir sind hier, weil, wie ist die mir, weil, zocken gerade das Auto klaut. Warum das Auto klaut? Ich bin auch hier zu an, weil ihr seid, ihr habt alle gefeuert. Oha, cool, hast du es. Aber warum, warum hast du mich schon wieder falsch, äh, warte, ich glaube, du warst nicht der, wie ich es jetzt mal falsch geschrieben hat. Aber du hast mich falsch geschrieben, Kaiser, ich bin enttäuscht. Wann will ich zu dem Mädchen? Du kannst mich nicht feuern, bin schon verbrannt. Ja, ist, das ist ein Argument. Wie ist, habt ihr es gesehen? Ich habe schließlich auch noch weggeschossen. Das ist der Mistel, wie. Nein, immerhin nicht das andere. Ach so, oh, ich habe das Y ganz übersehen. Ich dachte nur, das, nur das eher, man, ach. Yum. Mysteriam. Das ist dann, wenn ich ein Essence-Shill machen würde, oder was? Okay. Das ist schwer. Ich glaube, es ist die letzte Section vermutlich. Danach wird nicht mehr viel kommen. Nein, Misti, äh, kam aufgrund von Anime-Suchung. Anime? Also ich meine, sie kommt im Pokémon-Anime vor, aber... Aber ich meine halt... Okay, wir brauchen Feuer, Yashi, wie es so aussieht. Okay, wir brauchen Feuer, Yashi, wie es so aussieht. Ah, wir kriegen einen, schön. Ah, wir kriegen einen, schön. Bossfart? Ja. Das blöde ist hierhin, können wir den Pau-Block eigentlich nicht bringen, glaube ich. War so klar, dass es leider schwierig ist, tatsächlich dynamisch ansteigend sein zu lassen. Okay. Leider können wir hier, glaube ich, den Pau nicht durchbringen. Könnten wir ihn durchbringen, wäre das richtig krass. Wir können ihn bringen bis kurz vorm Ende, aber dann... müssen wir da die Stelle anzünden, dafür brauchen wir einen doch, Yashi. Also Feuer, Yashi, wenn ich... Zumindest fällt mir aktuell kein anderer Weg ein, wie wir es noch machen könnten. Das ist schlimm, wir können ja nie Neustart drücken. Da muss ich dran denken. Wenn ich Neustart drücke, hätte ich Rastbilder. Also ich raste ja nicht so krass aus, aber ich meine halt trotzdem. Es ist schlimm. Es ist schlimm mit Neustart, wirklich. Witzendenzen, bitte. Das ist ja kein großes Update, das könntet ihr immer noch machen. Ich meine, es gab schon Marimekka 1, ich darf mich schon wieder drüber aufgerichtet. Also denke ich mir, warum? Okay. Nein, 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 nein. Warum? Warum? Ich glaube, danach muss ich erst mal ein paar Yashis in... Ein... Ich habe mich gerade in beinahe selber raufgeboostet. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich glaube, ich muss danach ein paar Yashis in einen tiefen, tiefen, dunklen Abgrund herunterstürzen. Ich wollte nicht spinnen, dieser Drexel-Button. Ich erinnere mich noch, wie ich damals meine NES und Dui-Fernbedienung weggeschmissen habe, weil ich sauber auf den Tacken da immer schon kam. Ich war nie, wenn der Controller geschmissen hat. Also einmal aus Versehen. Aber dafür kann ich nichts. Okay. Motion Control, ne? Gern. Das war bei den Joy-Cons. Aber die haben überlebt und ich... Das funktioniert immer noch, also. Ja. Auch wenn ich natürlich hier zum Beispiel einen Pro-Controller nutze, weil ich meine Pro-Controller ist definitiv 50 mal besser. Nein, ich hätte es gerade in beinahe gemacht. Ich hätte es gerade in beinahe gemacht. Puh. Und schon wieder. Ich muss mich immer daran erinnern. Drück nicht Re-Stop. Ich muss irgendeine Möglichkeit finden, einfach. Einfach mit dem Restart-Button so irgendwie was drüber zu machen. Einfach irgendwie so eine Art Overlay da drüber und den Restart... Ich hasse es. Ich wusste, dass es früher oder später passiert. Aber warum? Ich glaube, dass es früher auch zu machen. Ich habe eine Gankstein-Seine-Türk. Ich habe eine Gankstein-Seine-Türk. Ich habe eine Gankstein-Seine-Türk. Warum? Okay. Na gut, ich mein, der Anfang vom... ...Level ist eigentlich nicht so schwer. Anscheinend schon. Äh, eigentlich ist der Anfang vom Level nicht so schwer. Eigentlich. Ich hab nicht gewusst, wo genau ich bin. Da bin ich jetzt nicht richtig drauf gelandet, aber... ...Gut. Cool. Geil nach Hoferashi gelandet. Oh Gott. Das ist so frustrierend und demotiviert. Immer wenn man auf den Neustart drückt. Das ist so schlimm. Warum? 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 Okay, wir holen uns scheinbar schnell. Neu, Yoshi. Ich dachte Steve, warum kommen wir da jetzt nicht rüber? Tatsächlich nicht. Müssen wir das wohl diesmal normal... Obwohl die Einstellungen normal machen? Nee. Es ist eigentlich... Gab's eigentlich irgendwann in der letzten Zeit überhaupt einen Stream, wo mir das nicht einmal passiert ist, wenigstens. Ich hab das Gefühl, nein. Ich hab das Gefühl, in so ziemlich jedem Stream ist mir das mindestens einmal passiert. Dass ich Restart gedrückt habe. Und dann wieder alles zu vorn auch musste. Oh, er erzählt... ... dass er nicht arm hat. Was... Ich darf mir ja nerven. Ich weiß... Ne, das ist schlimm, was... Wisst ihr... Es ist so... Ähm... Wenn man so über irgendwas redet... Und während das nicht spielt... Dann spielt man häufig so automatisch... Ohne jetzt so groß drüber nachzudenken. Und... Wenn es der Fall ist... Dann ist es so... Wie gesagt... Es ist so... Im... Im Autopilot... Wo wir das praktisch... Also... Ich... Ich denke nicht... Über irgendwas... Was ich mache nach... Sondern... Ich mach's einfach so wie ich's... Gewohnt bin, sag ich mal... Und... Dann hab ich halt... Einfach dann... Wie ist das... Button gedrückt... Und dann hab ich... So danach... Gemerkt... Was passiert ist erst... Und dann hab ich mir... So... Weil... Als ich's gemacht habe... Da hab ich's gar nicht bemerkt... Erst ein bisschen später... Weil da hab ich jetzt nicht so aufgepasst... Was da auf dem Bildschirm passiert... Nein... So... Okay... Ah... Zu spät... Das war's nicht grad gut... Ich glaube... Letztes Mal ist es nicht passiert... Dafür... Einmal... Lieb ich deinen... Vielen Glückwunsch... Dafür einmal... Was? Huh? Ich wurde nicht reingelassen... Ach... Dafür noch einmal... Achso... Das ist... Achso... Okay... Was will ich mal... Letztes Mal ist es nicht passiert... Sicher... Nein... Yoshi... Achso... Achso... Soll halt sterben... Soll halt sterben... Ah... Das spawnt dann nicht... Äh... Okay... Doch... Kein Cheese... Ach... Schade... Schade... Ah... 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 Jas kriege... Jetzt können wir sogar auf Neuschalt drücken. Und Hi Onion. Also auf jeden Fall ist dieser Yoshi Uwe Deppert. Geh hier rüber. Nein. Nein. Sicher bin ich nicht. Sicher war ich nie. Ich vermute es war sehr stark. Doch man kann sich hundertprozentig sicher sein. Nein. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, das Käse ist sehr toll und urleitend. Falsch nicht. Ist mir egal, dass Yoshi gestorben ist. Ich krieg ja eh noch. Oh nein. Das ist das, wo ich nirgendwo neun bekomme. Darum nehm ich ja eigentlich immer den Powerblock mit. Käse ist urleitend. Hab ich ja gesagt ne. Aber Käse kann zur Fettleibigkeit führen siehst du. Hä? Warum? Wieso siehst du? Was? Also wie man sehen kann ist Toad noch schlank nach all dem. Ja. Käse. Nein hast du nicht. Weil du nicht genau gelesen hast. Ich wüsste was ich hab nicht genau gelesen. Käse ist ur die Leinwand. Achso. Okay. Hi. Okay. Warum hi? Ja. Diesmal hab ich ihn wieder gefangen. Schön. Das heißt. Diesmal können wir wieder alles gleich cheeseen. Das ist immer toll. Cheese ist toll. Da. 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 Okay. Wir sind. Hier. Zeig. Da. Da. O. Und bitte glaub ich auch nicht. Fetter wenn du was frisst. Du sagst man. Da. Die weh. Oh du kennst das Game sogar. Jetzt. Ich glaub die beiden sind die einzigen die checken warum es dreht. Oder? Ich weiß noch niemand anderes. Was. Aber warte ich schreibe. Achso ne ich glaub auf Deutsch schreibt man das so ne. Weil, ähm, ich habe zwar die Games auf Deutsch gespielt, aber in letzter Zeit habe ich es, glaube ich, eher auf Englisch gehört. Weil ich habe es irgendwie mit W im Kopf. Yoshi. Warte mal, könnten wir nicht einfach rüber? Hey, wir können doch einfach rüber, oder? Die Blöcke blocken doch oben nicht ab, oder? Ich meine, bei den Blöcken ist es doch nicht der Fall, dass sie abblocken. Nein. Das muss ich gleich ausprobieren. Das nicht. Wenn ja, dann können wir den Boss falsch schießen. Warum, wisst ihr, was lustig ist? Ich habe mir vor kurzem mal ein paar Sachen bei, ähm, Mario, ja, Mario Gegnern, so, Oleg. Weil, interessanterweise, eigentlich sind alle von echten Sachen inspiriert. Und, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, von was ist Gumba inspiriert? Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Gumba ist auch ein Pilz. Und zwar, Shiitake, um genau zu sein. Ähm, wer es nicht weiß, der Name sagt es ja eigentlich auch schon, dass es eine japanische Pilz hat. Die, logischerweise, braun ist. Na ja, mach was halt mit einem Trampolin. Nein? Geht nicht. Okay. Natürlich kenne ich das Game, wie kann man das Game... Sondern, ja, die... Die Final-Boss-Musik ist die beste, das stimmt auf jeden Fall. Ist vielleicht sogar meine... Okay, ich... Um ehrlich zu sein, es könnte meine Favorite-Final-Boss-Musik von allen so sein. Auf jeden Fall, ja, generell mag ich den Soundtrack sehr. Auch, ähm, Wind is blowing at K.V. Cape. Komm. Äh, finde ich auch sehr cool. Die... Die normale Boss-Fam ist auch gut, bei dem Game, finde ich. Ähm... Ah, und, äh... Und die Castle-Theme, natürlich. Sonst noch mal was muss ich... Ja, okay. Ähm... Fawfuls-Theme, also. Ähm... Krank-Theme. Die, 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 die... Doch, das war doch... Zumindest habe ich... Ich habe ein bisschen Erinnerung, die... Die habe ich jetzt aber gar nicht im Kopf, weil die anderen kann ich alle so aus dem Kopf mir... Habe ich alle zum Kopf spielen praktisch, aber... Die jetzt gerade nicht, ja. Ich meine irgendwie die auch gut. Hm. Und... Stimmt, Toto. Toto mag ich auch so viel. Und wovon sind die Stachis ohne Stacheln? Also die mit blauer Schale ins Spiel. Ja, einfach auch von der Käferart. Das sind halt beide von Käfern ins Spiel. Jetzt will ich das für eine Stachie auch sagen. Ich meine, die heißen auf, ähm, auf Deutsch sogar, weil ich, ich wusste es nicht. Weil, ähm, ich... Ja. Nicht so häufig mit so, mit den Gegnerbegriffen reinziehe oder so. Aber, die heißen auf Deutsch sogar Käfer, also. Das ist ziemlich obvious. Die haben von den Films, kenne ich ehrlich gesagt, gar nicht. Äh, ne, ich kenne sie, weil, äh, ich, äh, ich höre mir häufiger... Also, wenn ich mir Musik anhöre, früher eigentlich, wenn ich dann sogar nur aus Games, jetzt aus Games oder aus Anime. Ich bin kein Fan von, ja, normaler Musik, sag ich mal. Also Musik, wie sie im Radiospiele oder so mag ich so gar nicht halt. Nein. Nein. Sufarius von Justin Bieber. Ach so. Ah, die, die Geschichte hinter Marios Namen ist ziemlich lustig. Äh, es ist wohl so, dass irgendwie, ich glaub, ein Lagermitarbeiter oder sowas, also der hat im Lager von Nintendo arbeitet. Der, der hieß Mario und die haben einfach random den genommen als Namen so. Das war, glaub ich, also, es gibt's noch ein bisschen detaillierter, die Geschichte, aber das ist so grob, die Geschichte, einfach. So random. Weil er auch generell zur Klempner wurde. Ähm. War, glaub ich, nur, weil's so besser aussah mit der Latzhose. Ich glaub, sie hatten davor auch andere Sachen, aber, ja. Stachis sind doch von Igeln. Von Igeln? Ach so, kann natürlich sein. Aber dann haben sie ihre Farbe ziemlich verändert. Aber Echtzeins macht Sinn, irgendwie. Stachis sind doch von Igeln. Ich seh' jetzt hier nicht, von was sie inspiriert sind, irgendwo. Hm. Ich hätt' halt gesagt, das sollen einfach normale Käfer sein, nur sie haben Stacheln. Aber Igeln ist auch keine schlechte Idee, um ehrlich zu sein. Ich hör' immer Gamesongs, Metal und, äh, und alte Volker Warsch-Lieder. Oh mein Gott, einer, ähm, einer, der früher mal in meiner Klasse war. Der hat, ähm, der hat mal so, äh, irgendeinem Raum auf Lautsprecher, also, das weiß ich nicht, irgendwie Unterricht oder so. Aber der hat, äh, in der Schule, äh, so, deutsche Marschmusikern gemacht. Ich frag' mich wirklich, weil, ich glaub' sogar, das eine war mal Lehrer oder so daneben im Raum. Ähm, frag' mich wirklich, was sich die gedacht haben müssen. Ähm, und wir haben so gedacht, er macht das alle nur, das war alles nur so aus Spaß. Aber, aber der, der hat dann gesagt, nee, er hört das ernsthaft. Und das war, das war richtig lustig für uns alle. Dann kenn' ich jetzt mal, woher schon zwei, die sich Marsch-Lieder anhören. Na, das, das blöde ist, ist immer, ist, ich bin immer One-Hit halt. Immer One-Hit. Stimmt, ja, ich muss jetzt erst, ah, das ist immer das Blöde, wenn man, wenn man am Anfang zu lange braucht hat, ist es unmöglich, das zu machen. Dafür kann man den Boss One-Hitten. Was? Wie denn das? Wie, wie One-Hitte ich ihn denn? Wie, wie? Doch, da heidet mit der kleinen Seelein. Wum, 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 das heißt, wum, 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 eh. Okay. Okay. Ne, gerade eine richtige Position ist sowas schwer. Okay. Wahrscheinlich werde ich zwei, drei Hits brauchen. Nein. Okay, neuer Versuch. Irgendwann wird es wieder mit Restart passieren. Hab ich das Gefühl. Ah, es gibt auch keinen Weg da drüber zu skippen ohne Yoshi. Bedingstens ist möglich, aber es ist schon viel einfacher. Habe letztens paar... Ein paar Jüngliche auf der Straße sehen, die das fährten. Da war ich der Einzelne, der es kannte. Okay. Vielleicht so... Krob vom Namen, aber ich kann mich jetzt noch gar nicht so konkret davon, weil das ist so ein... Weirdes... Weird. Weirdes... Komm, Tür zu dienen. Tür zu dienen. Geh, die springst weg. Ja, es ist chill. Nee, nicht fräsen gehen, der Queer. Ich bin schon weiter. Vielleicht ist hier das Ziel? Ja, hier ist das Ziel. Brauchst gar nicht so jetzt zählen. Ich hatte es schon geschafft. Jetzt kann es nur fräsen gehen. Eine Leihwand fräsen. Oh, ich sehe... GG, ja. Ah, schön, die abends endlich. Keine schöne Zeit. Vielleicht verbessere ich es irgendwann mal. Aber warte, in meinem anderen Level hatte ich mir nicht mehr genommen. Nee, nee, nee. Hat das überhaupt jemand noch geschafft? Oder hat das schon jemand geschafft? Nein, hat nur niemand geschafft. Da habe ich einen Rekord immer noch aus irgendeinem Grund. Okay, hier hat der den Rekord. Hier habe ich einen Rekord. Irgendwann knippt mir niemand weg. Auch wenn ich Sub-One-Minute irgendwann noch mache will. Aber gut. Ist aber auch eher ein Memesong. Ich höre hauptsächlich die beliebsten Lieder von... Dr. Ludwig. Wer ist immer das? Dr. Ludwig. Oh, jetzt weiß ich, was ich neu mache. Was ist Dr. Ludwig? Ich stelle mir jetzt so vor, so Ludwig. So mit so einem weißen Kittel und so einer richtig fetten eckigen Brille. Dr. Ludwig. Oh, komm mal, die Pue. War schon ein bisschen das Pixel hat. The Lake. Warum werden jetzt plötzlich alle mal eine Rekorde genommen? Eine Frage wäre, wer hier will, ob noch alles ein Level gespielt haben? Weil ich glaube, einige sind nicht mehr da. Also schreibt mir alle nochmal, die ein Level gespielt haben wollten. In der Zeit werde ich schauen, was das mit dem Weltrikron hier ist. The Lake. Ich kann mich gar nicht an das Level erinnern. Wann habe ich das bis zu gespielt? Oh Gott, nein. Ganz falsche, überlästige Fahrstelle. Oh. Jetzt erinnere ich mich an das. Ich will meins noch gespielt haben. Okay. Mach ich gleich, keine Sorge. Was wäre hier nochmal die Strat? Um Echtzeit würde ich mal versuchen, nach oben zu gehen. Hm. Dr. Luke. Was ist das für ein Name, ey? Was ist das für ein Name, ey? 14,3. Ist das das Zielloch, oder? Okay. Aber wir hatten jetzt schon 14. Ich weiß nicht, habt ihr eine Idee, was hier die richtige Strat ist? Weil ich im Echt zu sein nicht. Aber der könnte ich hier nicht. Was für ein Power-Up ist überhaupt oben? Da ist gar kein Power-Up. Oh doch, Boomerang. Vielleicht soll man den Boomerang nehmen und damit einfach durchröschen. Dr. Luke hat so ein Bayern-Jürgen, das ist ja noch ein Bayern, okay. Also ein Bayern-Country-Ball als Profilbild. Profilbild? Das ist ein YouTuber, der hier ist. Ich verstehe, weil ich will allgemein nicht. Ich will leveln wie Nintendo. Ja, leveln wie Nintendo sind cool. Es gibt doch viele coole andere. Aber, ja, das ist mir auch zu... Keine Ahnung, ich bin kein Fan von so... Okay, gut, wer ist ein Fan von solchen Outmo-Leveling? Es sind ein paar zu viele gegen... 18 Sekunden Zeit. Ist da irgendein Def-Exit oder sowas? Ah, es wäre traurig, bei so einem einfachen Level ein Def-Exit drin zu haben, eigentlich. Irgendwie. Hm. Ähm, nein, aber ich dachte, ich soll einfach auf deinen... ...Channel gehen. Und den habe ich ja... Was ist an der Channel? Das wäre das hier YouTube. Hä, wie komme ich da bitte gut durch? Da sind unten einfach 10 Millionen Gegner. Genau. Ja, ja, dann passt es ja, dann passt es ja. Ha, viele neue Level hochgeladen. Oh, okay. Freut mich. Okay, gleich mal schauen. Alle Eppgrüder sind immer schlimm. Am schlimmsten sind die Hammer Bros. Definitiv. 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 Aber... ...alle sind schlimm. Alle. Warum bekomme ich vorn einen Boomerang und hier nur einen Pilz? Hier bekomme ich wieder einen Boomerang. Kann mir das nicht mehr erklären? Das versteht. Da der Pilz. Da wird der Pilz... Weird. Da hat man eine Long jump durch. Und dann... Pff... Keine Ahnung. gleich da drüber? ok warte ich habe mich da auch hinzugefügt Kaiser ich kann eher auf dein Profil gehen sag mir nur welche Nummer die richtige am besten oder es ist ein neues Level ahhh 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 wenn irgendwo ein Stern oder so wäre vielleicht ist es ja irgendwo einer ein Death Star eine ganz höchste Person nach dem Level kann ich es mir gut vorstellen aber ich weiß ja nicht wo Level 7 2 Fire Machine Park sicher nicht 2-7 oder das andere 7-2 mal welche Zeit ich bekommen wäre ich dann durchgekommen das wäre gar nicht so schlecht gewesen ehrlich zu sagen ich mache mal ein paar Versuchen und lasse ich es ja dieser Raphael irgendwelche random Level irgendwelche random Level ich weiß nicht wo wann ich da bitte einen Rekord gemacht habe oder warum wird mir das Level zugesendet ich glaube nicht das habe ich das bei einem Super Expert Run bekommen war das so ein Level was bei vielversprechend war übrigens wenn ihr irgendwelche Trash Level haben wollt schaut auf vielversprechend rein da findet ihr immer irgendwelchen Trash also wirklich das meiste von vielversprechend ist aber das ist lustig irgendwie ja weißt du schon vielleicht will ich dir ins Geheim bist du mehrere bist du mehrere Level von mir spielst und sage ab ach so hm klu darum hast du auch 2 Level gleich benannt ok 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 wie hmm ich bin doch gerade mal oben gewesen da wäre ich mich da das ist nicht optimal wir können die 14 der zeit schaffen naja meine ich zumindest hoffe ich darauf lande dieser blick vom hat ihren blick vom feierbüro gesehen wenn nicht geht wir kurz zurück und schaut euch die da haben es ist eine 14er zeit da ich glaube zu schlecht ich habe wirklich aus versehen da ich alle meine leute nach 36 stunden schlafbezug genannt hatte und so stet ja mein alltag mein alltag ich kann nicht sagen es ist immer das lustigste wenn wenn ihr so wach seid und so die anderen leute stehen auf zur arbeit zu gehen oder so das ist immer das lustigste das war lustig nach der nach der ganzen grundzeit dann aber besser ist man kann es immer noch so bezeichnen aber nachdem halt die schule für diese letzten zwei wochen war es noch mal nicht jetzt waren vier wochen oder egal egal wie viele wochen das jetzt war 6 und war ja nur ein teil der woche ich war eh nur jede zweite woche da aber egal wie lang es jetzt war auf jeden fall als als man da wieder in der schule war wie dann so richtig viele leute also ich kenne eher einen anderen bei dem ist es so ähnlich wie mir gewesen glaube ich aber so ist so lustig wie bei fast allen so ja sie haben jetzt lange ausgeschlafen sie sind erst um zehn aufgestanden ich denke so ich bin um 13 nur schlafen gegangen so what the fuck bis zehn schlafen ist noch nicht mal lang oder also es ist noch nicht mal spät aufstehen ist nicht spät aufstehen da aus der schulzeit war es also dass ich würde ich einschläfe meiner eltern schon immer aufstehen ja 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 das kenne ich auch alles ja 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 okay ja 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 aber ich weiß nicht ob ihr sowas auch hattet aber es war richtig schön wie keine ahnung fünfte sechste klasse oder so wenn sie die lehrer meinen sie sind die erziehungsberechtigten und so keine ahnung mit dem reden bei irgendwelchen gespräch weil da gab es diese gespräche die verpflichtend immer waren jedes jahr irgendwie so dass man ja ich meine man ist zu viel am pc und ich denke so ok und was bockt jetzt die lehrer das ich kann ja machen was ich will das war auch immer wenn man die nächte durch machte und die lehrer fragen wie menschlich einmal war ich einmal in der schule so richtig krank wieder da ist das gefühl ich plane jede stunde gleich ein weil das schlimmste ist es geht es ist manchmal früher so gewesen also früher als ich noch mal was noch französisch hatte zum beispiel da war das da war das so erst mal fühle ich mich gar nicht so müde ich bin echt ganz fit und so und es ist alles ok französisch eine halbe stunde spät ich bin kurz vor allem denn oder oder auch oder auch ein lehrer an nvt der kanal mit dem wissbar der 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 machte unserricht so krank langweilig erzählt irgendwelche wenn du sachen aber also der der gerade redet etwas mit technik und dann beredet er über irgendeine griechische mythologie weil das weil er irgendwie über den wind geredet hat und da gibt es irgendeinen griechischen wind gott und einfach nur weil er über den wind geredet hat redet er jetzt darüber plötzlich und denkst du so what the fuck das was läuft was läuft da eigentlich bitte falsch oh wir haben einen rekord ich würde damals ins lehrer zu mir geschickt weil vermutlich würde dass ich depressiv war und älter musste so verdammt sie so heißt nämlich auge hä weil du auch regernst ich habe glaube ich fast immer augenringe so das ist standard ich denke habe sie gemeint ist depressiv mutterfuck ok na ok na gut kaiser dann spiele ich jetzt mal dein level ich meine schon ich habe häufiger augenringe würde ich sagen alles mit so ein bisschen es kommt auch manchmal stärker manchmal schwächer manchmal sieht es gleich fast so aus als würde ich mir im lead schattel aus auftragen und flint impact studios ich sehe deine nachricht gerne sucht du was ach so ist damit das nicht so ok ich dachte ich soll um okay okay nein yes but there are some other people waiting which asked before so okay so um 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 es ist ich 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 bin ich Ich hasse diese Trampelnsprünge. Es büchen wirk zu Japan. Ich geh kurz Zähne putzen, brauche... ...bitte lange... Okay. Äh... Te... was? Te... Te... Ach so, die Exit. Boah, wirst du sagen, dass wir das noch schaffen? Nein! Ah... Der Teil war es doch knapper. Zwar nicht extremst knapp, aber... ...er ist knapper als wir... ...und es uns erhofft hatten. Ne, wenn wir so einen Start haben, dann ne. Noch von vorne. ... ...batterie, da ist so ein Messner. Danke. Das ist so gut. Ah, das war ich extra konzentriert. Nein, das ist so aus wie was. Na... Ich glaube, wir werden es wieder nicht schaffen. X... ...2... ...T... ...DX... Egal. Was auch immer da steht. Ach so, X2 wegen Kylian. Ah... Okay. Nicht so knapp. Geht. War nicht so schwer. Aber ein ganz cooles Level. Ja, da seht ihr's. Der... Der Rekord ist nochmal deutlich schneller, ne. Ja, ja. Das kann man deutlich besser machen, als ich's gemacht hab. Ich spiel vielleicht nachher dann nochmal eins von dir. Aber ich... ...spiel es mir in der Zwischenzeit kurzes von Flint Impact Studios. Ähm... So... Such mir mal schnell nach. Nein... ...Hard... ...4... Ähm... ...Doktor 4. D... ...X... ...D... ... Schön, freut mich. gereet 3-3-3-3. Ehm... Ähm... Welches Level denn? murderer auch als wür loaded unduet ist de Moss Zac augustvalue 5. Ähm... du bist wieder Kinder��� da, Kylian. Stịch. Sie lässt sich vorbei sehen. Werdes alle Genossen und Genossen. es ist kommunist oder was ich gehe bald Krieg aus zwischen dem Kommunist und dem äh Monarchist obwohl die Beihensysteme haben Ähnlichkeit um ganz ehrlich zu sein machen wir mal kurz ich habe schon gefragt wir leben doch in einer genderzeit du hast das Sternchen vergessen kein Spielchen war das Spielchen war das das Speedway 1 Mario mania du bist transportiert zu einem mood-like Land die Gravite hat so lang verändert das war okay so oh eine Fedder das heißt Cheese Potential ist da ja jesss oh Sonic Mania Remakes nice wüsstest du Sonic Mania oder wie? Machst du Mario Mania oh hast du Sonic Mania gespielt? oder wie? so so komm lass mich fliegen ich hatte es beinahe ich hab's gerade ich hab's vorhin noch geschafft aber schon bis jetzt nicht mehr haben fast alle Sonics die es gibt gespielt oh ok also ich wusste dass du Sonic games gespielt hast aber jetzt nicht dass du so viel gespielt hast na ich meine es ist ja auch beim Channel oben drauf warum schaff ich das hier jetzt nicht mehr mehr geh ich gehen wir halt mal weiter na schade vielleicht finden wir nachher noch eine Stelle wo wir unsere Flugfähigkeiten finden können hier theoretisch sicher oder wir die ganzen Spy nicht umbringen würden auch hier auf jeden Fall aber ich glaube hier bringt es uns nichts mehr oder oder kann man da irgendwo drüber ja wenn man einen Block hängen bleibt ist das so schlimm Moment das ist eine lange Nachricht der Monarchist der Monarchist hat sich in Animal Crossing Stalin genannt und die wurde es ja gebaut eigentlich nur wegen dem Leben der Wiesse war das muss ja keine oh ähm wenn du das wenn du das sagst da da hab ich vor kurzem eines gesehen das fand ich ja eigentlich ganz gut oder vielleicht kennst du das schon irgendwie irgendwie so in der Richtung müsste es heißen ah ja hier ist ein sehr kurzes eigentlich ich fand es sehr lustig und wenn du das ansprichst dann hier für dich wahrscheinlich kennt das schon ich glaube hier oben ist vermutlich nichts wenn ich es wirklich gerne rausfinden würde aber eigentlich können wir doch den anderen Flug immer machen oder? na das war nicht so gut wir können doch auch na das ist nicht hoch genug gehen wir lieber weiter ok hier ist wie ein Checkpoint ja Pilz brauchen wir nicht das ist ein Tier ich frage jetzt wohin die führt wir gehen einmal weiter nach oben oh anscheinend müssten wir in den Tier dieses Video hä nicht verfügbar? warum soll das nicht verfügbar sein? hä? moment moment ich muss gerade noch mal schauen ob ich irgendwas beim Linkofil falsch mache einen Moment weil ich ich hab's gerade ich hab's nämlich gerade selber hier warte mal äh nochmal neu eingeben hier hm so und ich teste es auch selber nochmal das da wirklich klappt ja das klappt vielleicht hätte ich beim letzten mal hier einen Buchstaben weg oder so zeig mal kurz den linke ist da ah ich glaube ich habe am Ende nie weg gemacht wenn du das wie oh du kennst oh du kennst es schon ach man schade ey du kennst es schon das war nicht so lustig das war nicht so lustig ich kann mir aber gut vorstellen wenn ich es wieder achso ey ihr kennt es doch das schade wie langweilig ich bin ach schade das war nicht so lustig ist es aber ich bin irgendwann schade sieht schlecht für uns aus ja sieht sehr schlecht für uns aus kannst du mal vorgeist oder fordner spielen nein ich spiel bros das oder wie auch immer das spiel ist so ich weiß nicht vorgeist vorgeist ist für mich so halt nicht so ein krasses game was ist so okay fordner sind so krass weißt aber ja mehr ich mich erledigen ob ich vielleicht weil das game hat jetzt so groß gerade ist so ein bisschen meine meinung zu sagen soll meine video weil das habe ich letztendlich noch nie so gehört meine meinung exakt dazu ich habe viele kritiken auch gehört aber noch nie genauso eine wie ich sie ja wie man nicht den punkt praktisch der für mich zu der hauptpunkt ist war dafür muss es ist natürlich selber auch mal aus das weil das ist ein bisschen ungefähr und ich ein game richtig bewährte ohne es jemals selber gespielt ich habe meine meinung in kubiku weiß nicht mehr tätowis nicht mehr sagt mein meinung in der video meinst du jetzt hier oder meinst du dass ich wirklich ein eigenes video machen soll ähm eine frage wie komme ich rauf okay ich brauche ein bisschen momentum tatsächlich kann ich das so wahrscheinlich gerade relativ so wie du es meintest ach so dass wir wieso ich es meinte also so dass ich ein video drüber mache jetzt hätte ich das genau ich bin viel mehr die ich kann ich ich bin einfach aber das ist ich bin einfach habe das ich bin einfach ich bin einfach ich bin einfach hier ich habe übrigens vor kurzem dann remixes gehört sind sehr gut wo auch danke freut mich dass du sie dir angehört hast und die dir gefallen haben tatsächlich planen nicht bald neun zu machen noch auf eine request nämlich tatsächlich generell wollte ich wieder ein paar häufiger ich mache ich bin nicht dazu gekommen so aber ich will es nicht mehr wirklich machen wenn ich übrigens von mir empfehlen sollte würde ich auf jeden fall sagen die letzten letzten drei von mir mein remix von den titelscreen von bowser's inside story mein remix von blätterwald also maple treeway unter dem namen werdet ihr es finden in englisch und mein remix von dk summit weiß ich gar nicht wie das auf deutsch heißt ich weiß ich weiß nur auf britisch glaube ich heißt es dk snowboard cross und summit ist nur in den usa glaube ich so da ich weiß gar nicht wie es auf deutsch heißt dk alpina oder was frag mich nicht welche remix ist wo welche ok ich kann es dir mal reinschicken another one ich kann es mal reinschicken kurz mit muss ich sagen ein kennis ah hier genau das hier das ist jetzt das ist jetzt hier die pläsen schnitt ist das so ich glaube die kirche schneepiste das ist das wer sich für interessiert ähm beginnt jetzt beim neuesten dann kommen ältere mit der zeit achtung die älteren haben noch nicht so gute audioqualität wie die neueren äh wie gesagt wer interesse hat kann der nach dem stream oder so mal ein bisschen reinhören waha irgendwer hat sogar mein neuestes bleibt die unfreut sich achso die sind schon älter danke ähm achso also du kennst die oder wie hast du hast du das gelassen neue ne ich will ich will bald wieder neu machen aber ja ähm also wir haben von dir ein bisschen statistik vom kaiser level das war's wie ich aktuell meine glaube ich haben wir hier ein schnelles dann brauchen die 40 machen wir das mal schnell press mushrooms 1 maria mania you crash into a bundle mushroom factory and you try to escape ok so äh sonst wäre ich verwundet dass sie noch nicht aufgefallen sind in meiner timeline oder so achso ja ja man schade ich will die mushrooms haben es sieht cool aus wie sie auf dem conveyor belt so sind die frage ist können wir ich dachte respawn dann hast du mir noch nie angehört weil ich dann mal achso ok ja freut mich wenn du mal reinhörst also wie gesagt ich ich werde versuchen dann ähm diesen nächsten monat vermute ich noch zwei weitere links zu bringen generell hatte ich ist eigentlich so mein wunsch dass ich vielleicht monatlich sein mache ich bin jetzt halt ja so wieder draußen gewesen weil ich hab lange nicht mehr dann keinen mehr gemacht aber ja doch bald mal wieder ja ich glaube ich kann nicht durch mir wurde durch zufall der schneepist remix vorgeschlagen das habe ich auch auf die anderen aufmacht achso ah ne das ist was was glaube ich viele nicht wussten es hat mir auch einer gesagt dass er mich nur von streams kannte und jetzt erst vor kurzem gesehen hat dass ich auch remixes gemacht habe ne der eine remix ist mein am zweitmeisten geschautes video auch also ah ja noch am zweitmeisten geliked also tatsächlich die bekanntesten sachen von mir wenn man so will sind ähm alles sachen die mit musik zu tun haben gehen wir einfach mal weiter ah cool die farben stimmen hier gut überein es gibt anscheinend immer viele wege auch da ist ne röhre da gibt es verschiedene röhren fallen nach unten irgendeine tür so mal so oh ok ok wir kommen durch ich dachte gerade kommen wir da überhaupt durch sicher dieser sound von dem einen typen eignet sich sehr gut dafür ah cool ist dann praktisch in so einem produktionsprozess drin ok ich hätte es sowieso früher oder ich vermerkte euch gerne auf die beliebsten videos bei youtube und ah aber ich habe keine playlist mit den beliebsten videos da musst du dann bei alle bei mir dich suchen wenn du die beliebtesten schauen willst ich weiß nicht was eine tür gewesen wäre wahrscheinlich führen die beiden zueinander wieder oder ja vermutlich ok schön und wir hätten sogar beinahe ja bekommen ich glaube den kann man ja bekommen falls ihr einen VR haben wollt hier für euch ähm jetzt mache ich sowieso das gibt ja nicht umsonst die funktion beliebt das beliebteste das was für eine funktion beliebteste das warte kann ich hey kann ich irgendwie ob los hinzugefügt ah beliebt oh ok das habe ich noch nie verwendet um ehrlich zu sein noch nie ne interessant ok 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 es geht es dann nach views ne das oberste von meinen streams ist der 14 stunden stream hier der war ja auch sehr gut ne danach kommt der auch kurze nach der 13 stunden stream dann ja das ist auch wenn ihr wenn ich statistiken von mir anschaut von abozahlen und so es geht halt folgendermaßen bei mir die funktion heißt größte wie äh nein bei mir nicht bei bei mir heißt es äh tatsächlich wenn ich auf videos gehe habe ich hier oben dann diese option und statt hinzugefügt haben kann ich beliebteste auswählen so steht es bei mir hier ähm also auf jeden fall ja wenn ihr es euch anschaut mein channel ist bis zum gewissen Zeitpunkt immer gewachsen dann gibt es eine stelle da habe ich halt ne weile keine videos gemacht da ist es wieder runter gegangen und jetzt da so auch wo ungefähr wo du dazu gekommen bist Kaiser und so da ähm ist es dann so wieder nach oben gegangen und ein bisschen davor noch da hat es wieder angefangen nach oben zu gehen also jetzt sind wir praktisch auf dem neuesten höchsten standard aber wir waren mal ähnlich hoch es gab halt so eine kurse er hat Statistik ach was ist das Statistik ja generell viele viele YouTube Statistiken sind interessant wenn man so mal reinschaut also klar als kleiner YouTuber kann man da nicht so viel draus ziehen wie als wie ein größerer YouTuber rausziehen könnte aber trotzdem ähm so mal schauen ähm dann spielen wir mal was von Kaiser 7 2 was glaube ich oder doch 2 7 wer weiß hey Mr. Statistik ich hab dich schon ne Weile nicht mehr Mr. Meister genannt mhm äh äh meinen Namen äh wird er wohl nicht in einem normalen Satz verwenden müssen wie ich werde deinen Namen nicht in einem normalen Satz verwenden müssen wie ich werde mich überwenden ach so die kaiser mhm 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 Eigentlich steht der Wilhelm 2.2, also eigentlich ist es Wilhelm der 22. Okay, ich glaube, das Level ist selbst gemacht von ihm, aber das hier, wo die so rumgehen und so, dass man auf Pilzplattformen ist, erinnert mich ziemlich an ein, uh, da war aber irgendwas, an ein Level aus einem schon existierenden Game, ich glaube, es ist aus Mario Bros. Wii, wenn nicht, dann ist das ein Wii-Teil, aber ich meine, es ist ein Wii-Teil. Naja, der Wii-Teil, ich glaube, es war eigentlich damals, als ich gespielt habe, so mein erstes richtiges Game, also okay, vielleicht habe ich irgendwelche so casual-game-Sachen schon gespielt, weil, ähm, die vielleicht einig von euch schon wissen, habe ich zwei ältere Schwestern und die hatten das zuerst interessanterweise, die, also weil die wollten das immer, halt haben, ähm, und, also ich weiß halt, die haben sich dann DS halt, die haben halt beiden dann DS sich geholt und irgendwann kam dann halt die Wii, das war das dann, dass ich dann selber gespielt habe, also nicht, dass die Wii rauskam, ich meine, dass die Wii in diese Wohnung hier kam, ähm, ich hatte ja gesagt, es ist ein Remake, ach, es ist doch ein Remake, echt? Achso, dann sind diese Feuerdinger-Fuzzies, ah, ich habe mir schon gedacht, ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo so diese Feuerdinger waren, achso, okay, ähm, ja, aber, also auf jeden Fall halt, ähm, ähm, ah, genau, das Interessante ist, eine von denen ist jetzt so, äh, ist mal richtiger Anti-Gaming, Anti-PC und was weiß ich was, Typen, die andere ist gechillt, sagt er auch manchmal gern, nicht häufig, aber auch manchmal, also ja, okay, schön, ne, jetzt sagt er vermutlich, das ist das falsche Level, ne, damit wir wieder drei Level von dem Spiel in, ja, wir können gern noch ein weiteres Spiel, aber ich freu mich, werde bessere Zeit, ich würde den gern wegnehmen, um euch zu sein, okay, so nicht, dieser geht nebenbei, stell mit den vielen Pilzen in Blöcken nach oben auf die Pilze, sondern geht sofort auf die blauen Plattform, hä, wo? Ich stelle mit den vielen Pilzen in Blöcken, ich weiß nicht, wo du meinst, du kannst mir euch zeigen, wo, dieser Fireball, diese, du recordest, bevor sie, ja, ich weiß, ich verstehe mich mit dem nicht, gut, aber ich... Ich meine, die Stelle, wo du durch die Röhre gehst, durch die Röhre, ja, zeig's mir gleich, weil da drunter war doch auch Boden, oder? Ich meine schon, ich springe auch da drunter, Kaiser Wilhelm der Zweite, dein Königreich braucht dich, nein, Ah, da kann man nix skippen, wie es aussieht, ich schleiche mit einem sehr guten Triple Jump, aber auch das bei, ich glaub ich ja, nicht, wisst ihr was, kann man skippen, aber bei, ja, hm, hm, jetzt müssen wir Statistiken ein Level kommen, weil auch keine Sorge, na, ich wollte springen, Ich glaube, von da aus kann man es vielleicht schaffen. Übrigens, ah ne, wahrscheinlich wissen die meisten von euch das jetzt schon, weil ich habe es ja jetzt schon mal angesprochen. Aber es gibt Gerüchte, dass am 28. Nintendo Direct käme. Aber, wie gesagt, dazu sage ich halt nicht mehr. Also, dass es wirklich ein Gerücht ist, weil, ja. Es gibt jetzt keine so handfesten Beweise, das sagen ein paar Leute, die schon was richtiges gesagt haben. Moment mal, wer ist hier? Oh mein Gott, das ist der Mega Cheese. Der Mega Cheese. 32 Sekunden Weltrekord. 32 Sekunden Weltrekord. Oh mein Gott, Mann. Das ist ja richtig geil. Ah, jetzt wird viel zu viel. Nein, surprise Pikachu. Oh mein Gott, Leute, wir haben den Mega Cheese geschafft. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass es da ist. Ich habe mir einfach mal gedacht, was ist denn eigentlich da? Kann ich irgendwas überspringen? Und dann war einfach direkt das Ziel? Das Beste ist, wenn ein Partners Showcase... Ich weiß, das habe ich mir auch gedacht. Aber, also ich verstehe es bis heute immer noch nicht, warum irgendwelche Leute sich beim Partners Showcase aufgeregt haben, dass Nintendo kein neues Mario Game oder so angekündigt hat. Ich muss so... Hä? Da stand doch Partners Showcase. Das haben sie auch auf Twitter und überall, wo es angekündigt wird. Stand extra dabei Partners Showcase. Ich denke so, wie können Leute erwarten, dass sie jetzt irgendein neues Mario oder Zelda Game oder so darüber irgendwas sagen oder... Was weiß ich was? Wenn das ein Partners Showcase ist. Hä? Das war wirklich so... What? Ah, das war schlecht. Lesen ist halt eine Kunst. Schon so, ja. Für manche... Ich weiß, das ist wirklich... Ach komm. Meine Tante insgeheim nicht existiert, sondern nur aus kleinen Gruppen besteht. Achso. Es ist ja wirklich lustig. Das sagt so, was wir dann an irgendwelche Verschwörungstheorien oder so denken. Zum Beispiel habe ich einmal von einer Frau gehört, die hat das auch so im Fernsehen gesagt. Und sie hat übrigens gar nichts zur Begründung dazu gesagt, warum das so sein soll. Aber sie hat gemeint, sie glaubt, dass Bill Gates... Warte, wenn ich... Doch. Äh, dass Bill Gates sieben Milliarden Menschen umbringen will. Und ich denke so... What? Und warum? Nichts umsonst haben ca. 30% der Deutschen eine Löse-Rechtschreifschweche. Nichts umsonst? Nicht umsonst? Warte. Wirklich? Nee, nicht so viele. Nee, nee, nee. Das helfe ich nicht, oder? Also ich... Ich habe in meinem Leben bis jetzt nur zwei Leute mit Lesen-Rechtschreifschweche kennengelernt, um ehrlich zu sein. Okay. 27 Sekunden Rekord. So. So. Was heißt denn, das gibt es nicht? Check, dass da... Dass man da ein bisschen was skippen kann. Und ja. Wenn das Virus entwickelt und die Arrow Crossing-Sales... Dann geriet es aus. Ja, ja. Alles ist... Alles ist... Arrow Crossing hat sich wirklich so krank verkauft. Ich weiß gar nicht, was die aktuellen Verkaufszahlen sind. Ich habe immer am Anfang die gehört und die waren so hoch. Ähm. Schauen wir mal. Das müsste ja aktuellere Zahlen geben. Ich bin jetzt vertreten. Da ist 22,4 Millionen Einheiten. Das zweitbesten verkaufte Spiel auf der Switch. Das ist einiges. Das ist wirklich einiges. Ähm. Ich weiß halt gar nicht. Ist das Beste... Immer noch... Ähm... Ähm... Ich weiß noch, Mario Kart 8X. Nintendo Switch Best Selling Games. Genau das war es, was sie wollten. Äh, ja. Ja, Mario Kart 8X hat immer noch den Rekord. Aber danach... Arrow Crossing, Smash, Breath of the Wild, Pokemon, Shield Sword, Mario Odyssey, Pokemon Let's Go, Mario Party, Splatoon. Ja, okay. Ringfield at Winch hat sich auch immer am Verkauften der Zeit. Ich hatte jetzt auch schon so eine 4 Millionen Einheiten. Das war total überteuert von der Zeit, habe ich mal gehört. Obwohl ich mich dafür eh nicht interessiere. 23 Millionen. Der Anstieg bleibt aber auch gleich bleiben. Das bedeutet, bald ist der Crossing Nummer 1. Oh, okay. Das wusste ich gar nicht. Ah, krass. Das war total merkwürdig eigentlich. Wirklich merkwürdig. Im Crossing war nie so ein großes Game. War immer eher so ein kleineres Game. Naja. Okay, da bin ich wieder. So. Ähm. Jetzt bin ich noch mal aus der Stelle nach oben gehen. Das ist eine Starcoin. Wofür brauche ich eine Starcoin? Wenn ich das Ziel habe. Soziale Medien haben es wirklich gemacht. Ja, klar. Das war auch. Generell diese Langweile, die wir hatten in der Corona-Zeit. Äh. Soll ich ganz ehrlich sein? So. Alle anderen entweder sagen, die Zeit war so lang. Sie haben sich so gelangweilt. Oder. Oder. Sagen, sie haben, was weiß ich, 5 Millionen neue Sprachen gelernt. Und. Äh. Was weiß ich, was. Und ich denke mir so. Ich habe nichts gemacht. Und die Zeit war trotzdem kurz. Also. Ja. Ich wusste es jetzt nicht, als wäre es gemeint. Das war nicht ernst. Ich kenne nur ganz wenigen, die sagen, die Zeit war kurz. Ähm. Da du noch eine andere spielen wolltest. Ich habe 8, 2 zu bieten. Boom. Boom, boomstower oder so muss das heißen. Okay, dann spiele ich Boom, boomstower. Boah. 8, 3 meintest du? War das doch keine Beschreibung? Haben die alle keine Beschreibung? Der war da keine Beschreibung. Hm. Okay. Zerlegen, die Boom, boomstower. Ähm. Und dann würde ich sagen, spielen wir das Level von Mr. Statistik. Dann schauen wir, was wir machen. Ich möchte ja nichts sagen, aber ich habe die ganze Zeit nur gezockt. Ja, zocken. Au, wie heißt es ja. Zocken, YouTube. Generellchen. So, ich habe sehr wenig gemacht. Ich wäre sehr unproduktiv. Inge, wäre es schon cool gewesen, hätte ich einige Sachen machen können. Weil ich habe ja schon einige Sachen, die ich gerne machen würde. Aber so, ja. Es ist bei mir so häufig die Sache, ich will irgendwelche Sachen machen, weil ich verschiebe sie immer. Also auch Sachen, die ich eigentlich sogar mag zu machen, verschiebe ich dann häufig darauf. Es ist immer so eine Sache bei mir. Ich habe es mir gerade im replay noch mal angeschaut. Und was ist passiert? Und was ist passiert? Hä? Ich bin ansonsten noch auf anderen Wii U-Seiten. Ich bin ansonsten noch auf anderen Wii U-Seiten. Ach, so tut mir. Okay. Ich habe mir schon gedacht, in welche Richtung du siehst. aber herr kaiser bekommst du denn da keinen stress mit der kirche die haben keine schreibung ja ich weiß ich weiß ohne hier hat der eine typ nicht ist das nicht ein rekord ich bin tot die kirche kann aber nur so als frage wie schauen denn die statistiken der zeit für jene vorstellbar wenn du möchtest kannst du auch noch mal eins von mir spielen ja ja gerne ich denke ich machen ja so ja die zeit wird ruhig länger sein können um ehrlich zu sein ich hab noch ich habe genug zu tun und generell um ehrlich zu sein ich habe kaum unterschied dazu gemerkt wie wenn irgendwer von der ferien gewesen wären weil ich gehe sonst auch kaum raus also wo man unterschied merkt die games kommt die games ist so schade nicht statt von jetzt wäre sie stattgefunden normalerweise in drei tagen würde ich so gerne hin aber gibt es nicht wirklich schade aber zuerst mal will ich mal schauen ob ich hier nicht einen rekord bekommen kann weil hier kann man ja kaum was verbessern weil immer bei autoscrolling ist man ja ein bisschen zu einer gewissen zeit gefroßt ja so ja kann man ja nicht wirklich so viel schneller sein eigentlich nur ganz am ende nein das ist ein checkpoint das wüsste ich gar nicht ich habe ich habe Nee, nee, kein Apfelgang. Halt ja die. Fällt er nicht auf, von wo das Level kommt. Das kommt von irgendwo. Mario Kart. Ach nee. Game City ist das für Gamescom. Ebenfalls, weil eigentlich gibt es den nächsten. Ja, oh komm. Game City, ich habe davon gehört. Das ist für eine Wiener Rathaus statt. Das ist doch so eine Kaffee-Veranstaltung. Sicher. Kommt, also. Also ich meine, alleine die Ziele-Shorts, komm, das ist doch wirklich so richtig winzig. Das kannst du nicht mit der Gamescom vergleichen. Obwohl, tausende von Leuten sich um dich rum quetschen. Gamescom ist... Au. Die Gamescom ist schon normal. Also das Level... Was müsste ich... Es werden noch Games dieses Jahr kommen. Bin ich überzeugt. Die Mario Leaks, denke ich, sind echt. Wahrscheinlich werden die so zur Weihnachtszeit kommen. Eine was-Veranstaltung? Keine Kaffee-Veranstaltung. Ich weiß, dass es so eine Mini-Veranstaltung ist. Das hat nicht so von Bedeutung. Das kommt von der Finale, aber aus die Giz... Ach so. Ich habe nie Donkey Kong Country Returns gespielt. Jetzt bin ich einfach gespoilert, ey. Komm, geh rein. Ja, okay. So, kurz davor. Was hätte ich denn für eine Zeit gehabt? Ich brauche 47. Ja, hätte ich machen können. Männer, wer mehr Besucher hat, als auf der Pax East. Zum Beispiel. Okay. Ich habe keine Ahnung, was der Besucher hat, als auf der Pax East. Da wäre ich zu sein, aber ja. Ha, komm, also... Ich könnte nochmal die Zahlen nachschauen, aber das ist so... Also, allein schon, dass es im Rathaus stattfindet. Guck, bei der Gamescom haben die so eine richtig... Also, die riesige Halle. Das ist riesig. Ihr könnt euch da so easy verlaufen. Das habe ich sogar einmal am Ende. Wenn ihr einmal irgendwo falsch habt, das ist... Puh. Das ist so groß. Ähm... Was ist, wenn du das doch nicht gespielt hast, wirst du es wahrscheinlich auch nicht mehr spielen? Ah, komm. Kante wird es dann. Ich würde ja... Ich würde ja Tropical Freeze fertig spielen. Also, wenn ich Tropical Freeze auf den Channel bringen würde, würde ich es, glaube ich, in Display-Format machen und nicht in... Also, in Videos. Wirklich, meine ich jetzt halt. Weil, in Streams, ich würde es so häufig failen. Ich glaube, es wäre todlangweich zum Zuschauen. Das ist was, wo ich dann wirklich, glaube ich, das zusammencutten müsste. Ach, egal. Wir haben auch eine Messer, aber Rathaus ist... Richtiges Hogwarts-Feeling. Hogwarts-Feeling? Also, komm. Komm. Wir schauen uns nach, wie das Rathaus aussieht. Wie... ...ne... ...Rath... ...Haus... ...Bild. Ja, sieht das aus wie so eine Kathedrale. War das früher in der Kirche? Das sieht aus wie eine Kirche. Oh, wir haben sogar einen Besuch als auf der E3. Ja, okay. Auf der E3 ist es limitierter. Die E3 ist ja nicht, äh... Also, zumindest... Wir haben es im letzten Jahr so ein bisschen versucht, aber es gibt nur wenig Tickets an so Normalos. Die meisten Leute sind eigentlich Leute von der Presse. Dazu zählen jetzt auch YouTuber, weil die ja auch darüber berichten. Also, Ja. Das sind eigentlich Leute, die auf die E3 gelassen werden. Die Freie ist ja nicht so, wie die Gamescom. Darum... ...Kann tatsächlich sein. Was? Ah. Ja, ich hätte so gerne auf der Gamescom dieses VIP-Ticket-Ding. Aber dafür... ...ist mir keiner viel größer sein, ey. Du musst bis zum nächsten Gamescom... ...müssen wir... Okay, wir haben keine feste Grenze, wo wir jetzt die vor allem nennen. Du wirst nicht was. Aber trotzdem, bis zum nächsten Gamescom ist die viel größer werden. Ich brauche meinen VIP-Pass. Oder ich... 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 Ich sag immer, ich bin eine QR. Oh, passiert das jetzt ständig? Den Fail hatte ich immer beim Hochladen. Da war das ganz oben mit den Tromps, oder wie? Okay. 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 Nein. Nein. Ah, fuck. Meine Karte sieht richtig gut aus. Oh, cool. Ja, hi. Keine Ahnung, wie das Level ist, aber ich finde es voll gut. Das ist von... ...vom Kaiser. Das ist interessant. Kaum rede ich... Ich rede nur kurz über dich und schon kommst du gleich wieder vorbei. Ich... Was hast denn über mich geredet? Ich hab... Oh, ach, Chrom. Chrom so knapp davor. Ich spiele Lästerein... Nein, das nicht. Ich hab... Ich habe gerade eben mal gesagt, dass ich bei der Gamescom nächstes Jahr irgendwie so gerne zum VIP-Pass hätte, damit ich einfach mich vor die ganzen Leute vordringen kann. Aber dafür, wenn die Channel zu klein ist, dann habe ich gesagt, dass ich einfach sagen kann, dass ich du bin und dann kann ich einfach deinen Channel verwenden und mich immer erfordern. Aber ich glaube, deiner könnte sogar groß gewesen sein, um ehrlich zu sein. Schon wieder. Schon wieder. Also siehst du, ich habe noch nicht mehr was Negatives gesagt, ne? Hast du jemals die 3... und da müsst ihr den letzten 3... Für 30 Euro gehöre... okay. Verkisch mir dabei gehöre. Für 30 Euro gehört dein Kanal, ne? Wie viel... Ne, den kannst du nicht kaufen. Du, du musst, äh, du musst von der Fachpresse sein halt. Und Fachpresse heißt doch größerer YouTuber. Uh, wir sind drin. Okay, jetzt haben wir es mal. Äh, haben wir lange gebraucht für den Rekord. Na gut. Na gut, der Sammeln. Aber, Queer, passt mit dir nicht die ganze Woche? Oder hast du mal wieder irgendwas vor? Mit deinen Verehrerinnen. Ähm, so warte mal. Keeler hat gesagt, können wir noch ein Level von ihm spielen? Meistens geht. Vacation. Ähm, am Donnerstag? Also, wenn man einen YouTube-Kanal hat, ist man sofort auf der Ver... Exakt. Was nehmen wir denn dann? Probieren wir mal das. Play with Mario's friends with the new fly item into the sky. Okay, okay. Perfekt. Dann, dann. Oh, ohne getroffen zu werden. Müsse, ich hab nicht mehr für... Oh, was, du musst gleich gehen? Okay, ich spiel dann Level E danach. Schade, ich dachte, du kannst wieder was zum Ende bleiben. Oh mein Gott. Manche von denen war echt knapp. Okay. Was ist das? Was ist das? Nein. Nicht so. Wir waren soweit. Na gut. Na gut, dann spielen wir jetzt mal 12, Mr. Statistik. Aber wir haben die Hälfte geschafft. Das reicht mir schon. Möchte dann. Und... Vielleicht komm ich dann bald wieder. Wie lang geht denn der Stream? Keine Ahnung, frau mich nicht. Ich glaube mal in meiner gängigsten YouTubern um Abos zu bekommen. Wir sehen uns in ein... In ein... In ein... In ein Jahren. Wenn ich fertig bin. Und... G Boden. Verdammt, diese YouTuber-Monts. Das war nicht... wenn wir wandeln das auch manchmal automatisch schon, das ist total schlimm. Okay, gehen wir jetzt erst schnell hier drauf. Super Paper Mario, Chapter 7, 1. Once again Mario saw a nightmarish landscape beyond imagination. Ah, okay, hier ist es, wo wir in die Hölle fallen. Die Spielehöhle. Spiel mal den 5. Okay, kann ich mal gleich versuchen. Das wollte ich nicht. Au. Okay, ich weiß, was solche Dinger das sind. Die sind hier jetzt böse. Also normalerweise tut der nichts. Das hier ist ein Springbrunnen übrigens. So, mal sehen. Ich denke, es mit dem Gift passt ganz gut. Ganz gut. Ja, ja, hier kann ich mich auch noch erinnern. Und das 7. Kapitel habe ich hier relativ starke Erinnerungen jetzt. Und ich erkenne das auch ganz gut hier. Okay. Oh, warte mal, wir hatten einfach so. Hier ist nichts. Ich dachte, irgendwann Block, vielleicht hinter den Röhren. Das kann ja sein. Wir können ja hier die Perspektive nicht verändern. Das gäbe es hier nur 2D und nicht 2,5D. Au. Aber hetzen musst du jetzt auch nicht. Super Paper Mario wieder. Äh, Kuss auf, statt zu sehen. Hey. Hier, ich geh da rauf. Wahrscheinlich müssen wir da festbauen und einen Mothblock finden. Hier, das ist halt irgendwas. Ich glaube, da muss man auch im Original so eine Art Jump'n'Run-Ding absolvieren. Oh, warte mal. Ah. Der Obis E-X. Oh, doch, da rum ist was. Wir können sogar drankommen. Eine Feuerblume. Ich weiß nicht, was hier im Original war. Ah, ist hier das Boot? Das hier ist das Boot, oder? Und damit ist gemeint, wenn man in den See reingeht? Weil da war doch auch irgendwas. Oder was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm. Ah, hier sind wir bei... Bei der Königin, ne? Ja, das ist die Königin. Aber die ist ziemlich fett geworden. Ähm. Die sagt Wolke und Schlüssel. Ja, mein Schlüssel. Was mit der Wolke? Ha. Hier ein Verschlagwörter als Gedankenspitze. Und dron... Ah, und dron so hieß es. Fluss Dix. Königin. Nivea. Ah, Nivea. Nivea. Okay, ich weiß jetzt tatsächlich alles von allem hier, was das ist. Was er hier irgendwie gerade gesagt hat. Ähm. Also wenn wir uns gehabt haben, mit der Königin, das hier ist dieser Fluss Dix. Ich glaube, dem werden die Toten transportiert oder sowas. Ist nicht sogar auch der gleiche Name wie aus der griechischen, römischen Mythologie oder so? Ähm. Und genau, das hier ist unten dron. Ja. Dann geht's noch oben dron. Dahin kommen wir dann später. So, jetzt haben wir das hier deaktiviert. Ich weiß nicht, was das hier im Original-Game wieder vergleichbar ist. Und Kanalisation. Echt sind wir hier in der Kanalisation? Okay, wusste ich gar nicht mehr. So eine Ranke. Da bräuchte ich mir den anderen Anlaufzustand. Ha. Ah, hier können wir den nochmal verändern. Da können wir nicht rein. Nope. I'll please play my level, my best level, good luck delivery. Ah, thanks. I'll have a look soon. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist alles so Fontäne oder sowas. Ah, jetzt haben wir den anderen Anlaufzustand. Wir sind hier, okay. Das heißt, jetzt können wir dort weiter bei der Königin. Hätten wir einen Schlüssel zumindest. Ah, warte mal. Die Wolke soll wahrscheinlich Libidiesign, oder? Können wir die Königin umbringen und einen Schlüssel zu bekommen oder so? Wo bekommen wir den Schlüssel? Ja, das war ein Fontäne. Ah, okay. Hier war Luigi. Ah, der in Offblock war Louis. Ah. Achso. Und darum kamen wir auch da hinten jetzt hin, weil wer da mit Luigi diesen, diesen Sprung hat, wo er so, dip, 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 sich so zusammenfaltet und dann so ganz hoch springt. Ich weiß gar nicht, dass du das auch gespielt hast, Kaiser. Mein erstes Paper Mario. Und definitiv das mit der besten Story. Nicht das mit der besten Gameplay, auch wenn's mir trotzdem natürlich auf jeden Fall gefällt. Aber nicht das mit der besten Story. Äh, nicht das mit der besten Gameplay, leider. Das ist definitiv der zweite Teil. Wir brauchen einfach beim nächsten Paper Mario die Story vom dritten Teil, also Super Paper Mario. das Gameplay vom zweiten Teil, und die Grafik jetzt vom Origami King. Und okay, so für die Minigames und sowas, sowas ist ganz cool. Generell auch so ein, ich muss sagen, was mir gefällt von der Idee her, ist, dass häufig mehr Sachen so versteckt sind in den neueren. Aber ja, ich weiß nicht, ist das hier, ist die Zwischenzone zwischen den beiden? Was waren die da? Waren es sogar auch Piranen? Au, Piranen ist im Original. Du kannst mit Luigi höher hinaus und hi, John Watson. Ähm, das ist mein Lieblingsspiel im Album. Oh, war's wirklich, okay. Ich sage nur eins, Dimension für Smash. Nee, ich bin immer auch für Dark Bowser, so für Smash. Alter, wäre nicht so schwer. Dann könnte ich den so als Echo Fighter machen. Oder halt nur manche Sachen verändern. So ein bisschen wie bei Pit und Dark Pit, dass es halt viele Sachen ähnlich sind, aber halt es schon ein paar Unterschiede gibt. Und hier, achso, das hier ist Libidi, ne? Ah, cool, cool gemacht. Jetzt, äh, mich ein bisschen tatsächlich wirklich an sie. Jaja, ich will jetzt hier an Leute, die es nicht kennen, nicht die Story spoilern. Nein, das ist ganz mit Libidi, das ist sehr interessant, sagen wir mal. Generell, hier in das Kapitel sind wir schon eine Dimension für Smash. Ich bin jetzt hier alte Mensch, ja, die alte Chau ist eine nice, vielmehr, ja. Ich habe schon wieder umgebracht. Achso, ich bin jetzt hier an die Schlüssel, also Libidi, und die müssen wir jetzt zurückbringen zum Königin. Moment, haben wir nicht auch irgendwo ein Power-Up bekommen? Ha, egal. Ha, Null-Ram. So, ich habe jetzt erst gedacht, das war Null-Ram. War eigentlich logisch, dass das Null-Ram ist. Das Konzept war auch cool, also, es hat schon viele coole Konzepte, so das Game. Aber es hat halt wieder andere Sachen, so, vom Gameplay, ja. Noch besser, die epische, wenigstens, in dem, was ich sage, nur, Man of the Internet, Man of the Internet? Nein! Nein! Ich bin da hängen geblieben. Nein! Nein, noch die Internet, was ich das so... Ich sag mir gar nichts. Ich muss sagen, ich glaube, die alte mit Schau... Ah, hier war immer schon mal. Die alte mit Schau ist bei mir, ähm, von Super Paper Mario und meine Musik, geh auf Platz drei. Es ist sehr gut, ein sehr guter Film. Ich mag alle von diesen Top 3 Films sehr gerne. Ist nicht so, dass würde ich sagen, dass einer halt etwas schlecht ist, oder irgendwas in der Richtung. Das sind alles drei extremst gute Films, und ich würde sagen, die zwei mag ich noch etwas lieber. Such mal nach, du bist hier... Okay. Bei mir auf Platz zwei. Was ist denn, ähm... Was ist denn bei dir nochmal auf Platz eins? Das ist halt gar nicht mehr. War das... Nee. Hab ich mit dir schon mal drüber geredet? Ich glaub, nur mit Kaiser hab ich mal drüber geredet. Wollt's nicht. Bitte nicht sterben. Lass mir irgendwann nach Feuer... Hier am Ende waren Feuerblume, oder? eine folge hier um das ganze ein bisschen besser zu balancen oder die kann ich mich gar gar nicht und es ist die ist es die bei der letzten katz in die ratz nach kürzlich ist es ganz anderen der kreis nein Ja, es ist ein guter Theme. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein guter Theme. Aber andere sind besser dann. Also, wenn ihr wissen wollt, was die besten Credits-Themes sind, also generell von Games. Einmal auf jeden Fall Super Mario 64. Ja, bei der Folge war oben eine Pilze. Ah, okay, also, okay, okay. Blade. Ne, okay, die Credits-Theme. Es ist ein guter Theme, auf jeden Fall. Aber ich würde es nicht unter meine Top 3 packen, um ehrlich zu sein. Und, ähm, und die besten Credits-Theme, würde ich sagen, die besten Credits-Themes sind Einmal Super Mario 64 und noch irgendwas zu sagen. Das hatte ich vor kurzem wieder im Kopf. Vor kurzem ist mir wieder eingefallen. Das hat auch so eine gute Credits-Theme, als mir da wieder eingefallen hat. Jetzt weiß ich es aber wieder nicht mehr. Löl. Es gibt Cheese. Leute. Es gibt Cheese. Ah, schönes Level. Doch, doch, hat mir sehr gut gefallen. Galaxy? Nein, nicht Galaxy. Jetzt ist auch die Melodie nicht mehr in meinem Kopf. Ich konnte sie gestern, hätte ich noch vorsummen können. Hast du danach gesucht? Mir wurde es nicht angezeigt. Ja, ich habe danach gesucht. Einfach, ähm, Super Pepe Mario Credits-Theme. Und dann habe ich es schon gefunden. Also, ähm, das Video hieß dann Steph Credits. Um genau zu sein. Das war ein schönes Level. Heißt, mir doch mal schauen, es gibt anscheinend Cheese. Cheese ist gut. Ah, schön wäre die Umsetzung. Nein, ich meinte man hat die... Ach so, nein. Das habe ich jetzt noch nicht nachgesucht. Das würde ich dann irgendwann nach dem Stream machen. Wie fett Credits. Genau, ich weiß nicht mehr, wie die sich anhören. Wenn es irgendeine Shell oder sowas gäbe, die wir werfen könnten, könnten wir auch enorm viel wegskippen nochmal. Also, ja, ein guter Rekord wird es jetzt nicht wirklich, aber... Wie will ich denn ein Rekord? Was war eigentlich hier, wo diese 10er Münster ist? Hast du im Kopf, ob... Äh... Ich glaube, es ist aus irgendeinem Mario Game. Ja, ja. Das schon. Aber ich glaube, es ist kein so... Mainline Game, bedenkt. Boah. Es ist gerade schwer, nämlich soll ich es ganz einnehmen. Mario Kartui, ja, klar. Ey, an die vielen kann ich nicht sogar. Ich habe dir das gerade im Kopf, jetzt, was du dir gesagt hast. Hä, warum ist das letzte Mal, dass der Schlüssel respawned? Wie haben wir das gemacht? Oh, ich weiß, ich weiß, wie, ich weiß, wie, ich weiß, wie. Ich weiß, was wir tun müssen, damit der Schlüssel respawned. ich weiß, wie der Cheese funktioniert. Niemand kann mich mehr aufschalten. was ich nicht mehr aufschalten. Ich weiß, wie der Schlüssel respawned ist. Ich weiß, wie der Schlüssel respawned ist. Ich weiß, wie der Schlüssel respawned ist. Okay. Zack. Das ist das erste Mal, dass ich es im Level gesehen habe, dass man schneller ist, wenn man stirbt und vom Checkpoint null startet. Das erste Mal, dessen Rekord sowas gut verwendet. Wow. Ja, war schnell, ich gehe mit dem ersten Check. Ja, das gab ein Checkpoint davor. Es gab ein Checkpoint davor. Echt? Das war mir nicht gut, dass man perfekt war. Ich habe einfach nur die Nostalgie. Aber die Gute halt war, das glaube ich mir nur das Einkaufszentrum. Ach, das Einkaufszentrum. Du meinst Coconut Mall. Ja, das war ein Zeichen. Ja, das ist für mich auch Nostalgie. Ich bin mein erstes Mario Kart. Und ich mag viel vom Soundtrack, um ehrlich zu sein. Also so von den... Es macht mir jetzt schon mehr Spaß, definitiv Mario Kart 8 zu spielen. Allein schon wegen dem Controller. Ich weiß, es gibt auch andere. Ich habe sogar erfahren, man kann den GameCube Controller verwenden. Das wusste ich früher nie. Aber ja, doch. Es gibt coole Attracts. Ich hoffe, dass in Mario Kart 9 vielleicht noch mehr davon zurückkommen. Maple Tree Way würde ich gerne sehen. Oder Coconut Mall. Oder... Was haben wir noch? Mushroom George. Mushroom George ist auch so eine gute Map. Die mag ich halt 3 sehr gerne. Ah ja. Sonst haben es da jetzt halt immer sehr viel Shortcuts. Und auf jeder Map so ziemlich in Mario Kart 9 gab es irgendeinen Glitch, mit dem du so ziemlich die Hälfte der Strecke wenn du erstens über springen konntest. Na gut, jetzt haben wir den Rekord-Batterie. Eißt du, lässt nach. Schön. Ähm. Gut, ich muss jetzt aber los. Vielleicht komme ich später wieder. Schönen Abend. Ja, die haben auch noch einen schönen Abend. Und wenn nicht, dann sehen wir uns ja hoffentlich. Dann am Samstag wieder zum Mario Kart 9. Also und dann, danke fürs Zuschauen und bis bald. Mr. Statistik geht. Renn zum Saturn und kauft einen Gamecube-Controller. Ich habe Gamecube-Controller hier. Komm einfach schnell her. Von Oldenburg bis nach Baden-Wildenberg. Okay. So. Ähm. Ah, ich sehe das Lederware an der Beliebtliste. Live-Große füllt. Das ist Lederware an der Beliebtliste. Okay. Äh, ja. Bis bald dann, Mr. Statistik. So, was machen wir dann? Ist doch Multiplayer-Kaiser. Also könnte ich auch alleine irgendwie Expert-Super-Expert-Run oder gegentliche Randoms. Das wären so meine Ideen. Haben wir ja häufig so gemacht in letzter Zeit. Meine Multiplayer. Gerne. Ich muss mit dem Switcher und schmeißen. Okay, dann machen wir schon mal einen Raum auf. Äh. Mit Spielern in der Nähe. Sag ja, komm mal schnell einfach hier vorbei. Möchte ich sagen, ich habe noch nie... Ich habe in einem einzigen Game ein einziges Mal mit lokaler Verbindung gespielt. Ein einziges Mal in meinem ganzen Leben. Weil ich, ich kenne kaum jemanden, der im Switch hat und in der Nähe lebt, so. Ich habe keine Freunde, also, ne? Ähm, also zumindest, ja. Wenig, ich kenne wenig Leute halt, die so hier in der Nähe den Switch haben. Wie gesagt, eigentlich nur eine Person, um ehrlich zu sein. Ja gut, machen wir schnell einen Raum. Ähm, 137. Nehmen wir wieder als Passwort. So, dann gehen wir weiter auf Expert. Expert ist ja immer ganz gut. Ich kenne viele, die in der Switch war fast kein Maramaker. Oh, okay. Ja, tja. Ähm, und. Das ist ein Controller, ne, egal. Ich spiele gerade mit Dory. Se. Se. Ah, das ist eben das erste Nebeneinander. Ach so. So. Schauen wir mal gleich. Ob ich mal wieder eine Winstreak machen kann, ne? Ah, da ist es schon. Oh, mein Controller ist noch nicht an. Jetzt. Wenn ich schon wieder verkabelte. Es ist immer nervig, wenn es mit Kabel ganz so. Aber vor allem ist es bei Splatoon nervig, wegen der Bewegungssteuerung dann. Weil es sind immer das Kabel, das stört uns. La Aventura Denik. Okay. ich kann das nicht okay lassen wir uns jetzt zahlt wahrscheinlich braucht man das power mit eigenes gibt es Ah na, ich kann weiterhauen. Ah ja, ich habe mich damit getötet. Ha. Okay, ist da die an der Weile. Ein Fancode? Schon mal vorsorgt, ich weiß nicht mehr. Kommt oder? Wie? Der Kaiser war aber ausstrugglen. Da unten. Du merkst schon, wir müssen ihm zeigen, wie man das richtig macht, ne? Ah ja. Dann würde ich mir ein bisschen vorstellen, dass ihr vielleicht folgen sollt. Wie sagt diese, die ist das überhaupt so klug, die zu holen? Na ja, ich muss die letztendlich holen. Sonst müssen wir nachher zurück gehen, darauf habe ich ja nicht keinen Bock. Mach das zu sputt. Die Frage ist, ist das optional oder sind die Red Key, Red Coins notwendig? Nein! Da. Ich würde sagen, wenn das aber irgendwann nochmal ein Power-Up ist. Wir haben einen Schlüssel. Ich würde sagen, das könnte erst ein Problem für uns werden, wenn wir kein weiteres Link Power-Up bekommen. Ich, ich komm nicht. Ich bin nicht Spanisch. Warum soll ich Spanisch sein? Was? Nein. Ich bin nicht Spanisch. 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 Wir brauchen alles. Spanisch. Hä, warum Spanisch? Spanisch. ... Das raucht ein Power-Up. Ja. Tut mir leid. Das sound tut mir leid. Das war nix. Ja. Egal, neues Level. Passt dir. Hat Spaß gemacht. Zeit gelaufen. Okay. Trägen wir ein neues Level. We are charged. Oh, warum Spanisch? Warum? We are the last level Spanisches. Oder wie? Hä? We are with a French answer. I feel... I feel... Challenge. Ich weiß nicht wie das... Französisch versprechen, oder? Wir haben beide Power Apps, genau. Was ist das für ein Sound? Was? Ist das Litauen? Oder wie? Okay, warum wir den Schlüssel... Am Anfang gehe ich davon aus, dass wir bis jetzt noch gar keinen haben. Oh! Und die Switch zu mitnehmen. Okay. Okay. Hier kommt wieder der tolle Blind Jump. Was ist das für ein Sound immer? Okay. Gehen wir rein? Gehen wir rein? Nein, so. Soll ich das rückwärts machen? Ne, ne. Oh! Er hat den Schlüssel! Okay. Okay, wir sind wieder am Anfang. Wo ist das, ist die Frage. Er ist noch nicht hier. Oh ja. Er hat den Schlüssel verloren. Und dann. Oh, wisst ihr was? Eigentlich ist es viel besser, ja. Eigentlich bin ich wieder zurück. Ahaha. Weh, ich komme jetzt nicht mehr durch. Nein. Ah. Lulz. Angel. Hallo, meine Superwelten. Das ist ein Sinn. Ah, Moment. Wenn ich ihn neu spawne. Der spawkt nicht neu. Ich verarschen. Warte, wenn ich auch sterbe. Ah. Ja, übrigens, äh. ein paar. So ein paar. Multiplayer. Sessions. Oh. Und du kannst mitspielen. Ja. Du wirst, kannst du gerne in der Nacht joinen gleich. Jump double jump. Jump double jump. Und der hat es nicht geschafft. Nein, nein, nein. Der läuft weg. Fack, fack. Lass. Erstmal rein. Der ist gestorben. Der ist jetzt unmöglich. Der ist jetzt unmöglich. Willst du nichts mehr machen. Okay. Ist das? Ach. Oh, das dreckt weiter, fack. Vergiss bitte nicht wenn du super willst, ja du kannst dir dann vorbeischauen Ah man wie der eine von D-Levelin, ist so groß Okay, warte, ich warte, wir müssen zurück rein Ha, perfekt So, das ist unser Gebiet Ach komm, wie ein Cake, das finde ich super, ja, ja, ich weiß, das ist gut Oh, stimmt Oh, smart play, smart play Wann habe ich gar nicht gedacht Ha Ja 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 schön er sehe ich auch so ne nein was da kann man doch locker rüber oder ein guter sprung ich bin immer noch hier ist wenn es gehen war das ist so lange hier bleiben die spaß aber ich glaube da kommt das ziel vermutlich gleich wir sind schon weit wir sind schon weit das gute ist wenn wir beide sterben wird als wir beide tod sind beide nicht hier drin sind wird die welt hier zurück gesetzt nein ich sollte eigentlich einfach dann zurückspringen wenn ich fällt um ehrlich zu sein was man kann ich nein okay um ehrlich zu sein hatte ich gedacht es geht vielleicht in einem naja wir werden in der zeit sterben wir werden in der zeit sterben leider kein schlechter versuch möchte sein aber reicht jetzt nicht es ist nicht mehr viel zeit die durch wie gesagt das ist das problem auch einfach zeit nein hätte ich ja man kann es vergessen na gut drei warum drei zwei eins ok jetzt passiert nichts wir haben wir ja kurz oder willst doch nicht nachschauen wie du willst warum kann man nicht mehr warten wir texte kommunizieren keine ahnung was willst du denn schreiben ist auch das ist so ich will es nicht ich will es nicht lang genau ich mach vielleicht bis nur 30 noch oder so doch bei uns auch weg ok keine ahnung nötiges zeug Ich weiß wieder nicht wer wer ist übrigens Ich glaub tot ist Kaiser Mann der ist gestorben Ich denke es ist andersrum Kaiser war so dieser vorsichtige Natalie Die die vorgerusht ist Das passt ja so gar nicht zu ihr Okay Dann hab ich die beiden doch falsch reingeschätzt Ha Soll ich wieder raus Ging ja viel scherz Okay Was hast du denn gemacht Ich freu mich dass du wieder vorbeischaust Kor Also für den tut kann ich jetzt nichts Private Daten Private Daten Aber wenn du nicht mitspielen würdest hätten wir gleich 300 ping Du kannst gerne mitspielen trotzdem Oh Das ist ja ihr Ziel Wieso sind alle da immer wieder gestorben Ich kapier das nie Wie Ja so ne Genau so Genau so Ist ja nicht auf meiner Freundesliste Ist da die Statistik Nein passt ich nicht mehr Okay Die ganze Zeit schneller Und dann am Ende Tja Interessant Ich krieg das nie auf die Reihe Wer wäre das Bitte irgendwo so eine Anzeige Wer wäre das Okay jetzt Siehst Mario Erst wieder Luigi Jetzt können wir uns gut merken Erst wieder Luigi Mushroom Factory Meltdown Ich bin eher auf Liste Ah okay Das ist ja gut Jetzt hab ich mir gedacht Dass du doch mal Ja du hast doch mal mitgespielt Ja 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 Ich hab den Mushroom Nein Eine gute Verbindung erzielt Und bei mir nur Wenn man zu zweit spielt Oh okay Egal wir kriegen hier eh neue Mushroom Nein Oh es sind viel zu viele Feuerstellen da Viel zu viel Feuer YouTube Brands im Ort Ich kapier das nie Wann man schon was rausgekommen Und wann nicht Das ist doch schlimm Das ist doch überhaupt nicht gut gerade Hoffentlich bleibt er wieder irgendwo hängen Kann man das Abschluss sehen Ich weiß es nicht Ich würde es auch gerne wissen Bei mir passiert es auch manchmal Was interessant ist Das passiert bei mir Nur wenn ich die alleine mache Also wenn ich irgendwas davor schreibe Dann nicht Darum ich glaube Wenn ich Abstand Und dann Zum Beispiel XD wird bei mir umgewandelt Aber wenn ich glaube ich Abstand und XD dann schreibe Dann wird es glaube ich Wieder darum nicht umgewandelt So meine ich zumindest war das Das kann es nur einstellen Gibt nur ich weiß von dem nicht Ich schreibe selten Vielleicht schätze Darum ist für mich zum glück Nicht so groß Problem Auch wenn es mich trotzdem Aufregt Genauso wie das man auf Nein Genauso wie das man auf YouTube Nichts editen kann Warum kann ich mir denn Nachrichten nicht editen Es geht doch Über alles auf Schaut doch das Gott an Warum nicht hier auch Warum Warum Das würde ich immer traurig Und man hat dann irgendwo Verschreiben und denkt Ich will das Ende Das ist immer so schlimm Wenn man sich verschreibt Kann mit den Maschinen kommen Ich kann halt nicht Das will wahrscheinlich keiner scha- Ah ist doch geschaut Oh man Bist du darfst nicht gut Wir müssen Wir müssen jetzt mal ein bisschen Ein bisschen gas Also okay Letzte Runde war gut Aber die Runde Ich hab die nicht Ja Ich hab's aber nicht so wirklich gemacht Nächste Runde Okay Gleiche Verteilung Exakt gleiche Verteilung Das muss ja was richtig schönes sein Oder Ist es Ist es Pick a Pipe Oder sowas Hä Hä Ich glaube Ich glaube Ich hab das Level Ich hab gesagt Das hört sich jetzt So irgendwie anders an Private Daten Weil das sagt man so Ist was Privates Oder so Weil so private Daten Das hört sich so Merkwürdig Er ist immer Luigi Ich hab natürlich tauschen Aber er ist immer Luigi Adam Was ist das hier Irgendjemand von dem Bibeltreuen Christen Oder Deswegen bin ich so Verein Verein Bibeltreue Christen Wir haben uns Aber auch Gestaut Was war das Für ein Leck Gerade Fettel Nice Geh mal rein Oh Oh Yes Okay Wir haben Checkpoint Dress 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 Understand Have a nice Day Oh Okay Nein Yoshi Schön Hä Wo Wo Geht's Wo Wo Geht's Bitte weiter Hier Na Sinds Leck Das finde ich Formidabel Inzettel Ach Ist die Statistik Oui Ich dachte so Oh Fuck Das kann alles Gute Das heißt Wenn die Fien Kommt Aber Perfekt Ein weiterer Sieg Für uns Jetzt Können wir Die ganze Heute Mal wieder Dominieren Gege Einander Ganz lustig Besser Also Einfach So Ex Mal Machen Japanisch Die Tat In der Kleid Oh Warte Warte Wer Er Er Safe Regie Oder Ich war Soweit Warum Warum Kommen wir Alle hier Nicht Durch Das ist Eh Nicht So Schwer Ah Der Mann Schade Der Dreckig Aua Ich wurde Umgebracht Ich hab's schon Zweimal rüber Geschafft Aber da bin ich Nein Gestorben Nein Fuck Na Geh weg Bitte bitte Geh weg Oh my god Wie kann ich Jetzt Schlepp Ich Ich Hoffe Doch Du hast Es Gespielt Ja Ja Ich Hab's Eh Gespielt Bis Heute Nicht Gemacht Ähm Breath The Wild Äh Ja Was ich Dazu Sagen Kann Es ist Interessants Prinzip Open World Das Gab's Ja Schon Lange Bei Zelda Nicht Mehr So Ähm Es Es ist Es ist Cool Es hat Viele Coolen Bereiche Aber Dann sind Da wieder Andere Sachen Zum Beispiel Soundtrack Häufig Gar Keine Theme Und Die Themes Die Da Sind Sind Eres Teil Ist Doch Halt Er Mittel Mäßig Nur So Also Nicht So An Ja Nicht So An Themes Das Ocarina Of Time Oder So Denke Wurde Auch Nicht Von Koji Kondo Komponiert Das Ganze Birth To Wild Also Er Hat Tatsächlich So Wie Ich Mit Bekommen Habe Gar Nicht Komponiert Und Ja Ä Kritisier Und Ich Denke Auch Zum Gewissen Teil Hat Man Schon Auch So Dungeons Und So Haben Müssen Also So Richtige Größere Aber Ja Als Es Seine Positiven Und Negativen Sagt Ich Habe Jetzt Viele Negative Gesagt Natürlich Kann Man Ganz Viele Positive Sachen Auch Sagen Wie Das Game Aber Ja Man Fokussiert Sich Doch Wenn Man So Irgendwas Bewertet Doch Immer Aufs Negative Ich Weiß Gar Ich Ich Ob Jemand Schon So Weit War Wie Ich Nein Wahrscheinlich Ist Da Das Ziel Oder Wahrscheinlich Ne Was Mit Koji Kon Überrascht Mich Jetzt Wie Das Überrascht Dich Jetzt Das Wusstest Du Nicht Zwei Ich Mache Duell Soundtrack Einen Einen Großen Bestand Hör dir Mal Wirklich Ocarina Of Time An Oder So Die Themes Da Bleiben So Viel Mehr In Erinnerung Also Wenn Ich So An Breath Of Wild Denke Es In Erinnerung Bleiben Also Koji Kon Da Gar Nicht Mit Gemacht Darum Finde Ich Auch Der Soundtrack Kommt Nicht An Ansatzweise Halt So An Alte Zelda Teile Was Das An Geht Nein Ich bin Sicher Kurz Vom Ziel War Schon Bei Den Da War Ich Auch Schon Na gut Wusste Wusste Ich Nicht Okay Ich Muss Zugeben Dass Breath To Wild Mein Erstes Und Bis Sein Ist Sehr Schön Oh Okay Ja Gut Nein Ich Muss Sagen Ich Hab Viele Die Ich Halt Nicht Ganz Beendet Habe Aber Ich Kenne mich Schon So Aus 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 Ich Kenne das Aus Vielen Soundtracks Vor allem Und Darum Ja Laden Ja Das Schöne Bei Breath of Wild Dass Es Keine Spielen Gibt Ich Find Schlimm Dass Es Bei So Vielen Zelda Spielen Spielen Gibt Ich Mag Spielen So Gar Nicht Darum Ja Ähm Teilweise Der Grund Warum Ich Einige Teilweise Habe Oder Ja Ich Weiß Gar Nicht Wer Wär Es Lachs Mann Was Für Lachs Mann Wahrscheinlich Wird Sie Mit Fünnen Oder Ja Ja Es Wart Zu Warten Haben Perfekt ach komm okay wir haben ein checkpoint wer ist es da vorne der design hat die ganze verändert hat was man oft mag sachen sind immer brutal hier irgendwie mag ich das nintendo die wirst du sie ganz selten das kann ich auch warum das hat die probleme ich will nach genau wirklich ist mark ist also mark ist nintendo ich mag es nicht nur noch als ich mag es ich mache das so warte wir warten jetzt bis du kommst es mit so ich darf hier schön bleiben ah es ist schon es ist schon und Vielen Dank. ja komm nee jetzt lass ich ihn das nicht beenden nachdem hat es gewollt jetzt hab ich es nicht geschafft zu grabben ja das sagst du ne du hast dir gar kein recht dinger zu sagen Kaiser Rotten Mushroom feilt ok K wer wärs ich dachte da ist ein Power drin warum sollte man das dann öffnen kleck weg weg hier weg weg Aua Eine Frage zu dem ist immer noch Schaffbar Also ja ok mit Boost Oder Was für ein Scheiße Kriege ich schon wieder einen Gewinn rein Das ist zu hart Leute Das ist zu hart Toad's Troublesome Day 5 Ok Was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Was steht das? Was heißt das? Was ist das? Was ist das? Nein, er hat einen Kä... Wie asozial war das, bitte? Mario, wisst du was? Schau mal, da ist der richtige Weg. Mario ist es aggressiv geworden. Mario ist es aggressiv geworden. Nein! Okay. Neidisch hat es durch geschafft. Oh Gott. Scherrero geil, schai und mei, das ist offen, ich kenne. Schei... Oh lol, das ist... Das ist doch aus Paper Mario, oder? Ich kenne ja die deutsche Variante davon, aber das ist doch aus Paper Mario keine Splash. Cool. Was? Was? Ich hasse Free World. Ich hasse Free World offiziell. Ich hasse Free World offiziell. Ja, gewonnen. Ja, wer gewinnen will. Wir müssen mindestens 3 einen gewinnen. Auf jeden Fall. Okay Toad? Das ist was wir immer machen. wendy and the legend of the sword. ok wir kriegen links suit. hier kein werfen leider. das ist schade. ah kein links suit hier. also erst später. ah hier. first try. let's go. nein. ich dachte wir können direkt drauf. okay ich hab wieder entschließen zuerst. ha die plattform fallen runter. das ist nicht so einfach mir zu folgen. wo soll ich das wissen. bitte. woher soll ich das wissen. wir kriegen kein neues. kriege ich gar nichts power ab. also außer auf den schuhen. das wird wieder nicht gut wenn es ausgehen. das ist schon wieder so ein level. nein. nein. also cool wie ich es fack aber auch richtig hab. ach so und da das wird auch ein. ja macht Spaß. oh hei bitte gern schon dass du vorbei schaust. boss? ja. perfekt. darauf habe ich gewartet. aber was ich dachte wir hätten schon zwei hitze drin. nein. warte wo war der letzte checkpoint. wo war der letzte checkpoint. hier war einer. okay perfekt. hey wo ist der eine. ist er weiter. ist er weiter. ja fack. kommt gleich das ziel. okay. ist er tatsächlich. bitte schau dir das wunderschöne wieder an was ich. ich bin so ausgestattet. du hast ein video für mich zusammengeschnitten. okay. ich weiß nicht dass du content creator wirst. also wie cool dass du das so zusammengeschnitten hast schaut sich alle ruhig an nicht nimmst es ja cool na es geht äh wolltest du nicht schlafen und läuft es nicht bisher viel laufen geht nicht wohl tue ich doch ja ach komm jetzt wieder luigi jetzt hab ich mit powerpoint oh was sind powerpoint es geht ok jemand auch aufgehört welcher style oh retcons witzig mal nicht na m2 jetzt ist die frage wieviel wurden bis jetzt gesammelt da kommt direkt das ziel wahrscheinlich ist noch eine übrig wahrscheinlich ist noch eine übrig Mario was ist laalii Mario komm raus hahaha der wurde geil ähm wie oft habt ihr verloren ich bin powerpoint profi ich erstelle alle meine meste nintendo direct youtube ok ok letzte runde letzte runde außer es ist irgendwie scheiße was wir halt nicht machen können wirklich multiplayer oder was halt nicht gut klappt die frage ist es kein doch genauso gedauert ok es ist einfach fucking lag ob man durchkommt oder nicht weil wir ja natürlich alle anderen kommen gleich die ja warum bin ich nicht der einzige wenn sie im dreck stirbt ich hatte war schon wichtig warte mal was fällt ziel ziel nein noch ein ja erst gestorben ist gestorben hey warum muss das so aufgegeben natürlich yeaaaaas letzteren wieder geworden schön jetzt am ende lief's dann doch noch mal gut ähm das ist einfach weil wir noch nicht mal so asozial gespielt haben wir so normal asozial ja nicht so nicht so richtig krass offiziell wie ansonsten die brüder ist für den sieg wieso habe ich den sieg geklaut ich habe ja den schiss zuerst gehabt schon den ersten also dann möchte ich jetzt hier mal den stream beenden nächstes stream ist am samstag der mario maker am sonntag und am paper mario als müssen ist das klar ich werde ich natürlich auf discord wieder auf laufend dass mich du hast dich unter mich gestellt selber schuld du hast mir meinen schlüssel klauen naja also auf jeden fall ja danke euch alle fürs zuschauen und gute nacht an euch wir sehen uns gleich bald wieder du kannst gerne noch mehr video schneiden müsste statistik und ja wie gesagt dank fürs zuschauen bis bald und bei